An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ein herzliches Moin aus dem wunderschönen Niedersachsen. Wir sind es wieder, eure Dysonauts, mit einer neuen Folge für euch da draußen. Und ich begrüße Hauke. Moin Hauke. Grüße. Grüße. Und natürlich, Phil. Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend. Jungs, zu welchem Thema haben wir uns denn heute hier zusammengefunden? Der Hauke hat getrommelt für Thema. Ja, es nützt nichts. Wir haben es der Community versprochen. Wir müssen die Community begleiten. Das ist ja betreutes Malen auch teilweise, was wir hier machen. Darum ist es an der Zeit, endlich über Rank & File 23 zu sprechen. Ein wichtiges Thema, weil das ist bei uns im Discord ist ja durchaus Leben in der Bude, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Dieser Channel ist eigentlich einer der meist, ich sag jetzt mal, bespielten Channel in Anführungszeichen, den wir so haben auf dem Discord. Heißt es tatsächlich bespielte Channel? Auf jeden Fall. Beschickte Channel, benutzte Channel, ihr wisst doch, was ich meine. Und das, obwohl die ganze Aktion noch nicht mal offiziell gestartet ist. Also, das ist ein heißes Thema, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht macht es vor dem Hintergrund einfach nochmal Sinn, nochmal kurz in der Breite zu erklären, was eigentlich Phase ist, wie das läuft. Denn die Nachfragen kommen ja. Von daher denke ich, sollten wir da nochmal ein bisschen Struktur in die ganze Sache reinbringen. Struktur sorgt für Ordnung und Struktur. Ich bin ein großer Freund von Ordnung und Struktur. Also von daher würde ich nochmal sagen, starten wir doch einfach mal. Hauke, erzähl uns doch erstmal von wegen, was ist eigentlich RNF? Okay, Rank & File, also RNF steht für Rank & File. Und Rank & File als Community-Projekt hat im letzten Jahr begonnen, damals unter dem Hashtag Rank & File 22. Der Ursprung, oder besser gesagt, das Ganze kam so zustande. Da muss ich mal ins letzte Jahr versetzen. Das war im Sommer, da hatten wir zu The Old World im Prinzip noch gar nichts. Es gab ein paar Konzeptskizzen, aber es gab noch keine Fotos von irgendwelchen Miniaturen oder vergleichbares. Ganz zu speichern von den großen Festivitäten des Warhammer-Festes und des Feiertages. Oder die Ankündigung, dass im nächsten Jahr das Spiel kommt. Also wir saßen da und das war wie nach einem Krieg, wir hatten nix. Und da hatte es sich dann so gefügt, dass auf dem Discord des Tablepottes kamen Sali und ich auf die Idee, dass wir jetzt einfach mal wieder Warhammer-Fantasy-Armeen ausheben und streng nach Fluff, nicht nach Meta und charaktervolle Armeen halt klar machen und die dann gegeneinander ins Feld schicken. Wie gesagt, Sali und ich waren die Ursprungsteilnehmer und dann fügte es sich so, dass wir gesagt haben, wir machen das sowohl bei den Tablepottes als auch bei uns als Communityprojekt, dass alle anderen dazu angehalten sind, das durchaus auch zu machen. Ähnlich wie das Projekt 500 bei der Tabletop-Welt. Und ja, in den folgenden Monaten hat er sich dann so ergeben, dass Sali da nicht mehr so ganz mitgemacht hat, sodass es im Wesentlichen dann an mir war, halt das dann zu Ende zu führen. Aber ich habe es nicht alleine gemacht. Ich habe dann im Podcast, Pebi, hast du berichtet auch über deine Gruffkönige, die du zu der gleichen Zeit ausgehoben hast. Ich meine Vampire. Phil hatte, ich glaube, du hast auch untote Phil, oder? Ich hatte eine nicht weiter erwähnenswerte Armee aus Orks und Goblins, die jetzt immer noch im grauen Plastik hier in diesem Mantic-Karton mehr oder weniger versauern. Ich bin zwar dazu gekommen, einige Modelle davon schon zu bemalen, aber die habe ich für ein anderes System bemalt tatsächlich, wo ich einfach nur Antagonisten brauchte und dafür taugen die alle mal. Okay. Aber auch in der Community haben halt viele Leute mitgemacht. Ich erinnere noch immer noch, als sei es gestern gewesen, Jörn, der seine Waldelfen hochgezogen hat. Absolut schöne Armee. Wir hatten eine Slayer-Armee dabei. Zinssoldat hat gefühlt mehrere Armeekorps der Nordstaaten gebaut. Also da waren ganz, ganz viele. Also Asche auf mein Haupt fand sich jetzt jemanden vergessen. Original getreu die echte Anzahl an Teilnehmern als Modelle ausgehoben, glaube ich. Ja. Ich glaube, er hatte mehr Figuren, als Soldaten im Krieg gekämpft haben. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, man möge es mir nachsehen, falls ich jetzt den einen oder anderen nicht erwähne. Aber das kann man natürlich in den entsprechenden Podcast-Folgen aus dem letzten Jahr nachhören. Und der Grundgedanke war halt, dieses Spielsystem, das nach Rank-and-File gegliedert ist. Das ist ja nicht nur Warme-Fantasy-Battle. Da gibt es ja noch diverse andere Systeme, die das auch machen. Ganz begonnen mit das Lied von Eis und Feuer oder Black Powder. Kings of War. Kings of War, genau. Also es gibt ja diverse Rank-and-File-Systeme. Und der Grundgedanke war halt, dieses Rank-and-File-System, das so ein bisschen aus dem Fokus der Community geraten ist, oder geraten war, muss man glaube ich sagen, wieder aus der Versenkung rauszuholen und ein bisschen zu fördern. Und die Leute, die halt stoisch an diesem System treu festhalten, einfach zu unterstützen, zusammenzuführen, sodass man nicht mehr alleine kämpft, sondern sich gemeinsam unterstützt und motiviert. Und dann geht das immer sehr viel leichter von der Hand oder vom Pinsel. Das weiß ja nun jeder. Und das dann auch gegebenenfalls mit Hintergrundgeschichten zu erweitern, Fluff zu schreiben, habe ich dann ja auch gemacht, Phil, du hast das damals eingesprochen, die Geschichte von Eloise Lassömehr. Und das sind Sachen, die bleiben halt hängen. Also das hat mir richtig viel gegeben, hat mir richtig viel Spaß gemacht, Rank-and-File. Ja, zumal, weil das ja auch ein Wiederbeleben dieses alten Ressorts Rank-and-File ist. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Und ich glaube, da kommt das schon ganz gut, dass wir dieses Thema quasi mit aufnehmen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so passiert. Wir haben jetzt mal so ein bisschen in Discord geguckt. Und da sind wieder einige Sachen, seitdem die letzten Folgen rausgekommen sind, einiges passiert. Muss man einfach so sagen. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben für euch da draußen zum Zeitpunkt jetzt, wo diese Folge rauskommt, haben wir für euch eine kleine Informationsseite erstellt. Hauke hat mal in die Tasten gehauen und hat das alles nochmal verschriftlicht, was Rank-and-File denn eigentlich ist. Und das könnt ihr bei uns auf der Internetseite www.diceonauts.com könnt ihr das nachlesen. Und dort findet ihr dann auch den Link zum Discord-Kanal, wo ihr euch dann natürlich auch mit uns austauschen könnt. Und ihr eure Armeen zeigen könnt. Und ich sag mal, es gibt da draußen ja Alternativsysteme, wo ihr natürlich eure Figuren benutzen könnt. Und das solltet ihr tun. Weil wir sind auch hart am Basteln. Wir sind sowieso hart an alles, aber in diesem Fall sind wir hart am Basteln halt. Ja, das stimmt. Und ich denke, man sollte es insbesondere auch nochmal so verstehen vor dem Hintergrund letzten Jahres, als wirklich Warhammer-Fantasy-Battle oder The Old World einfach ein feuchter Traum war und keiner wusste, was Phase ist. Erst einmal so viel hat sich nicht geändert, das ist immer noch ein feuchter Traum. Keiner weiß, was Phase ist. Und schon wieder Salz in die Wunde gestreut. Aber so ein bisschen mehr wissen wir halt. Und vor allem nochmal zu zeigen, das ist hier so eine Art, als neudeutscher Bürokrat würde man sagen, ein Leuchtturmprojekt. Und das ist eigentlich auch so der Gedanke. Um auch einfach mal zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. So die Antithese, die wir uns vorstellen, ist halt, ich meine, das soll jeder machen, wie er will. Aber sozusagen Plastikfiguren von Games Workshop gekauft, zusammengeklebt, nicht entgratet, mit drei Farben notdürftig angepinselt, hart am Meter ausgerichtet, zusammengeklöppelt und ab zum Turnier. Sollen die Leute machen, wenn sie Bock drauf haben. Das ist aber nicht unser Ansatz halt. Und wir wollen halt zeigen, was man halt auch machen kann und halt damit jeder halt auch wählen kann. Und wer halt Bock hat, der möge sich dann halt uns anschließen. Um das nochmal kurz jetzt ganz aufzuziehen. Also Rank & File ist eigentlich so wie Hobby. Rank & File ist das ganze Jahr über halt. Rank & File 23 beginnt halt am 01.01. Rank & File 24 am 01.01. nächsten Jahres. Und in der Zeit, in der wir das nicht großartig im Podcast betrachten, läuft das halt im Discord. Und da kann halt jeder seine Sachen vorzeigen im Kanal und besprechen und so weiter und so fort. Und wie das jetzt auch schon seit zehn Monaten wieder läuft. Aber in der heißen Phase, jetzt zum Jahresende. Draußen ist es kalt, neblig und überhaupt, man will gar nicht rausgehen. Es ist genau die richtige Zeit, mal ein paar Ränge und ein paar Zeilen halt anzupinseln. Die Figuren zu rekrutieren, ne Geschichte zu schreiben und die Armehliste durchzuflöhnen. Und jetzt in den letzten zwei Monaten des Jahres werden wir das halt hart im Discord begleiten. Wir werden unsere eigenen Projekte vorstellen. Wir werden über den Fortschritt berichten und wir werden auch beobachten und kommentieren, was halt innerhalb der Community läuft. Sodass dann auch, dass innerhalb eine größere Runde getragen wird. Halt nicht nur die, die sowieso beim Discord dabei sind, sondern dass auch alle anderen gewollt oder ungewollt hören, was zum Beispiel beim amerikanischen Bürgerkrieg wieder los ist bei Zinssoldat. Das wollen wir halt herausposaunen. Ich würde vorschlagen, dass wir vorher noch einen anderen Schritt machen, dass wir ganz kurz mal unsere eigenen Projekte vorstellen. Okay, unsere eigenen Projekte. Ja, können wir gerne machen. Phil, eigenes Projekt. Was steuerst du denn zu Rank & File bei? Also, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich letztes Jahr mit dieser Org-Armee nicht so gut zu Rande gekommen bin. Deswegen war für mich im Prinzip dieses Jahr gesetzt, dass ich halt wirklich eine Herangehensweise finde, die es mir ermöglicht, das entspannt durchziehen zu können. Und dann ergab es sich, dass ich hier halt noch von vor ein bis zwei Jahren so eine relativ große gedruckte Armee Saurier von One Page Rules in einer Kiste liegen hatte. Und dann dachte ich, Mensch, die musste jetzt endlich mal anfangen. Außerdem hatte ich ja noch ein bisschen was nachzuholen von letztem Jahr. Deswegen dachte ich, ich versuche jetzt einfach alles umso schnell wie möglich auf die tausend Punkte zu kommen. Ob ich dann jetzt noch die nächsten tausend Punkte dranhänge, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, ich habe hier eine ganz klassische Saurier-Armee, wie ich sie mir zumindest auch bei Warhammer Fantasy vorstellen würde. Also, ich habe einen Slun-Magier, der die ganze Truppe als General und Frosch auf dem Thron anführt. Begleitet wird der von einer kleinen Truppe Skinks, die mit Nahkampfwaffen ausgerüstet ihm halt so ein paar zusätzliche Wunden verschaffen sollen, damit er mir nicht sofort weggesnipet wird. Weil der ist quasi nach One Page Rules Regeln dieser Truppe angeschlossen. Dann habe ich noch zwei Trupps A5-Modelle Tempelgarde, das ist sozusagen, ja, die Leibwache nochmal zusätzlich des Slun. Also, alles dreht sich halt so um diesen Slun-Magier. Begleitet werden sie dann noch von einem Triceratops und dieser trägt einen Skink-Magier auf so einer Art Tempelthron auf seinem Rücken. Und dann habe ich noch eine Stachelechse dabei, die auch von zwei Skinks begleitet wird. Und das fand ich ganz witzig, der eine Skink hat halt wirklich vorne auf seinem Speer so ein Steak und eine Ratte drauf, um sozusagen diese Stachelechse dazu zu überreden, mit in den Kampf zu ziehen, so ungefähr. Ja, ja, deswegen musste ich die einfach mitnehmen. Also, die sind halt auch mit dabei einfach und die habe ich, sage ich mal, ich habe jetzt vielleicht, wenn man das mal wirklich die Miniaturenanzahl nimmt und die Zeit, die ich da dran gesessen habe und diese beiden Zahlen durcheinander teilt, habe ich wahrscheinlich pro Modell vielleicht eine Viertelstunde investiert. So, Pi mal Daumen, also für die größeren Modelle ein bisschen mehr im Verhältnis, aber so, wenn man das einfach nur ganz grob übereinander bricht, ja, würde ich sagen, so eine Viertelstunde pro Modell. Und das war für mich einfach jetzt nochmal so ein Projekt, endlich mal wieder was fertig kriegen, weil das ist ja so, das sind so meine Lieblingsprojekte, wo ich mir einfach so eine, wirklich so die Aufgabe gebe, so das ziehst du jetzt durch. Und dann habe ich das halt auch an wenigen Tagen mehr oder weniger durchgezogen mit einer kleinen Pause zwischendurch, wo ich noch ein paar Basingarbeiten zu tun hatte. Aber da habe ich wirklich also Slap Chop ganz klassisch schwarz grundiert und dann mit der Drybrush zwei Grautöne und Weiß drüber gedrybrushed und dann mit den Speedpaints von Army Painter der ersten Variante. Ich habe die halt bewusst genommen, weil die kann man halt reaktivieren, was mir dann nochmal die Möglichkeit gab, entsprechende Fehler auszubessern, ohne dass ich da zwei transparente Farben habe, die einander überlappen, weil das finde ich immer, wenn man das will, okay, ist das, also gewollt ist das ein guter Effekt, aber wenn du da wirklich irgendwie Rot und Grün überlappend hast und dann dich vermalt, dann kriegst du das halt nicht wieder gedeckt mit den Farben, sondern dann müsstest du nochmal mit Weiß oder Grau drüber malen. Aber durch die Reaktivierbarkeit war es halt relativ einfach, dann mit einem feuchten Pinsel die Farbe wieder runterzunehmen. Das habe ich sozusagen dann für mich dann als Bonus genutzt einfach, was ja aber eigentlich relativ stark kritisiert worden ist an den Farben. Gut, wenn man es halt weiß und entsprechend einsetzt, ist es halt ganz cool. Theoretisch könnte ich jetzt doch ein Oil Wash hinterher machen, weil das habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Army Painter Speedpaints in der ersten Variante, die sind von Oil Wash komplett unbeeindruckt. Das kann man da sehr entspannt drüber machen, ohne Abrieb irgendwie zu erhalten. Und dann habe ich das gebased mit Crowdcover Kodama Woods, was halt so, ja so, ne, so eine waldige Umgebung ist, was ich irgendwie fand, was zu Echsenmenschen halt ganz gut passt. Also die sind ja schon so ganz klassisch, wenn man sich so eine Echsenmenschenarmee vorstellt, dann kommt die so aus dem Dschungel rausgestapft, ihr gegenüber so irgendwie die, so eine imperiale Expedition mit irgendwelchen Jägern und Kanonenkutschenwegen und so, die da durch den Dschungel hetzen und versuchen da die möglichst größte Echse zu erlegen, um sie dann im Imperium zu präsentieren. So, ey, guck mal, was wir Tolles erlegt haben. Und die wollen das halt nicht mit sich machen lassen und kommen so aus dem Dschungel rausgestapft und sind bereit, sozusagen ihre Heimat gegen diese menschlichen Eindringlinge zu verteidigen. Wobei man ja nebenbei, es sind ja nicht einfach nur Urwaldeinwohner, sondern denen sind ja, ist ja durchaus auch die Gefahr des Chaos bewusst, so den, den Echsenmenschen. Also die sind auch da relativ sensibel für, weil die halt auch so ein, die haben halt so ein geomantisches Netz, was sich quasi über die komplette alte Welt spannt und womit die halt so die Energieströme wahrnehmen können. Vor allen Dingen auch die Slun-Magier und damit halt auch so die, 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 das wachsende Machtschaos dann quasi relativ früh schon bemerken und auch versuchen, da relativ früh auch schon mit verschiedenen Möglichkeiten gegen vorzugehen. Einmal halt mit der Slun-Magie. Aber da gibt's auch ganz, ganz viele verschiedene spannende Geschichten so, gerade was das angeht. Und, ähm, wenn ich überlege, äh, wenn die Old World wiederkommt, dann kann es ja nur so sein, dass auch wieder das Chaos eine entscheidende Rolle spielen wird, weil das kann man jetzt ja nicht einfach so rausnehmen. Klar, in Endtimes, ähm, hat das Chaos die Welt verschlungen, aber, äh, Warhammer, Fantasy, da ist halt nun mal der große Feind, äh, das Chaos. Und das wird's, glaub ich, auch immer bleiben. Und deswegen hab ich mich, hab ich da auch so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt in meinen Überlegungen. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, wie ich das genau mache. Hm, auch von der, von der, ähm, von, von den Namen her und so. Also, ich glaube, mein, äh, Slun-Priester wird auf jeden Fall Salmi-Ak heißen, äh, weil... Sag doch mal, da warst du gerade abgehackt. Wie, wie, wie heißt der? Ja, ja, nee, das, Salmi-Ak. Ach, das war gar nicht abgehackt, das, das war... Nee. Also, Salmi-Ak ist troff-Akku. Salmi-Ak. Weil so hieß einer meiner Charaktere in, äh, Total War Warhammer 3. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie ein cooler Name, den übernimmst du. Und deswegen wollte ich auch die anderen Namen alle so angelehnt an irgendwelche anderen Wörter nehmen. Und da halt einfach immer so ein Apostroph-Akku oder so draus machen. Äh, einfach nur, weil, weil ich's kann und weil's witzig ist. Und ich dachte gerade, du bist durch die Edeka gelaufen und hast dann irgendwie hier Salmi-Ak-Pastillen gefunden oder irgendwie sowas und hast das abgeleitet. Das ist ja auch geil. Ja, ich glaube, es gab auch einen, der hieß Tetra-Pak. Tetra-Pak. Oder so. Ja, mal gucken. Also, da werde ich mir noch ein paar lustige Namen einfallen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, einfach nur um so ein bisschen den Humor, ähm, den, den, den ich, wie ich, wie ich finde, ähm, Warhammer Fantasy ja von Anfang an eigentlich auch immer mit dabei hatte. Das ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man da, ähm, mit wiederbeleben könnte und berücksichtigen könnte. Also, gerade wenn ich mir überlege, so die alten Kodizes, äh, so, gerade so, was die Orks angeht, äh, was da teilweise für absurde Sachen drin standen und so. Also, ähm, das ist auch, glaube ich, einfach so ein Aspekt, der, die Faszination von, von dieser ganzen Warhammer Fantasy-Regimenta, äh, äh, Tabletop-Szene auch ausgemacht. Also, nicht einfach nur, dass es halt schon, schon auch um Fluff geht, aber gerade, wenn man jetzt so ein bisschen in die nostalgische Ecke geht, dann kommt auch einfach dieser, dieser alte Games-Workshop-Warhammer-Humor, um den kommt man dann eigentlich nicht drum rum. Würde ich mal so sagen. Oder, Hauke? Das ist, besser hätte man's nicht sagen können. Echt, also, man, man kann Warhammer Fantasy-Battle respektive das gesamte Warhammer Fantasy-Universum eigentlich nur dann erfassen, wenn man ein ausgewogenes, ausgewogenes Verhältnis von, von Grim-Dark und, ähm, zwinkernden Auge zu nehmen weiß. Also, es ist weder das eine noch das andere, halt, ne? Und ehrlich gesagt, 40k war ja auch eigentlich immer so, bis die halt komplett übertrieben haben mit dem Grim-Dark-Aspekt. Mhm. Ja. Ja, das ist irgendwann in so eine Richtung abgerutscht, ne? Wo es plötzlich alles nur noch schwarz war irgendwie, ne? Also, da war nicht mehr grau und mal ein bisschen Farbe dazwischen, sondern da war es irgendwie dann nur noch schwarz und, äh, ja, weiß ich nicht. Da fehlt ja dann irgendwann so der Witz, ne? So, den Phil gerade beschrieben hat. Ja, so Fifty Shades of Black halt. Ja, Fifty Shades of Black. Ja, genau. Aber das ist vielleicht auch einfach ein Trend, den die Endtimes so ein bisschen ausgelöst haben und dann dadurch nur noch fortgesetzt worden ist. Und, ähm, ja, aber, Pibi, was hast du denn für ein Armeeprojekt auf dem Tisch, äh, oder auf dem Papier? Ich, ich habe genau das konträre Gegenbeispiel zu deinen, ähm, zu deinen, ähm, Sauriern. Und zwar habe ich mir eine 1000-Punkte-Liste Goblins erstellt und mein Goblin-Leader heißt Krogfrogsnagger. Das heißt also, da werde ich... Das ist ein supergeiler Name. Da werde ich deinen Frosch definitiv vom Thron picken, ne? Er hat sich auch zur Aufnahme, äh, zur Aufgabe gemacht, dass er auch... Ist gesetzt. Ja, auf jeden Fall, dass er sich dann halt, äh, auf dann solche Slunpriester und so spezialisiert hat und er reitet mit einem, mit einem großen Squick, reitet er durch die, durch die Weltgeschichte. Und die Miniaturen, die ich mir geholt habe, die kommen von Highland-Managers. Also, wer die nicht kennt, ähm, da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Die haben für mich momentan echt den Charme, wo ich einfach sage, ähm, sie bringen den Witz, den du gerade angesprochen hast, bringen die mit wieder zurück. Mit wirklich absolut abgefahrenen Figuren, erzähle ich gleich noch ein bisschen zu, wenn ich zu den anderen Anhalten komme. Und, ähm, haben einfach nicht so viel Klim-Bim an ihren Miniaturen dran, wie man es momentan einfach so hat. Ich finde, äh, One-Patch-Rules geht momentan auch so den Weg, ähm, schaut mal, was wir haben und was wir können und was wir alles so an eine Figur ranpappen können. Gefällt mir momentan, ehrlich gesagt, nicht so in die Richtung, in die sie gegangen sind. Und diese Figuren von Highland-Managers, die sind sehr, sehr clean. Und da bin ich, ähm, ein absoluter Freund von. Und, ähm, von daher, ja. Der wird unterstützt von einem, ähm, Zauberer, von einem Goblin-Zauberer, dem, ähm, da so ein bisschen so, ihr versucht dann nebenher zu laufen. Der hat so ein paar Zauber-Sprüche, hat er da mit bei. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Das werden wir dann halt sehen, wenn wir uns jetzt am vierten hier treffen. Und, äh, mal schauen, was dann eigentlich so abgeht. Auf jeden Fall so ein bisschen was mit, äh, ja, Boomkrach und Peng. Dann schön zaubern. Ich glaube, das ist eine coole Nummer und deswegen habe ich einen Zauberer da mit reingenommen. Dann habe ich, ähm, zwei Einheiten Krieger. Zu jeweils zehn. Und diese Krieger, die sind total witzig, weil das sind eigentlich Waldgoblins. Und der, ähm, der, 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 der Champion in der Einheit, der hat so einen Baumstumpf, hat der quasi so auf dem Kopf, so als Helm. Und das sieht absolut abgefahren aus. Und der Musiker, der wird von, äh, von, von einem anderen Goblin getragen und läuft mit so einer, ja, wie soll ich sagen, einfach wie so eine Art Bratpfanne, ne, wo er den Griff abgeschraubt hat, läuft da durch die Gegend und schlägt da mit einem Knüppel drauf ein. Ähm, wirklich abgefahrene Figuren, wo ich einfach sage, von wegen, die sind so witzig, das, äh, das ist genau der, der, der Joke. Und ich hab gedacht, oh, ich hab damals nie Goblins gespielt, wenn mir das zu viel war, die alle anzumalen und zu basteln. Aber hier muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich hab, glaub ich, mal zusammengezählt, es waren, ich glaub, 37 Minis oder sowas. Und dafür tausend Punkte, hab ich gedacht, das kannst du wohl machen. Das ist, das ist durchaus durchführbar und, äh, und fertig. Neben den zwei regimenten Kriegern läuft eine, äh, Squig-Herde damit, mit, äh, den Treibern damit bei. Und, ähm, das könnt ihr jetzt in den Kapitelmarken, könnt ihr das sehen. Ich habe, ähm, hier zum Beispiel einen, ein, äh, einen Squig-Treiber, der, der läuft quasi, äh, hinter seinem Squig hinterher, was er an den Hinterläufen zusammengebunden hat, und läuft dann, äh, wird dann so mitgezogen, so in der Luft. Das ist ein absolut abgefahrenes Modell. Ich mach da wirklich ein Foto von, das könnt ihr in der Kapitelmarke, im Foto könnt ihr das sehen, ähm, was ich damit meine, ähm, wirklich total lieb. Dann die teuerste Einheit, äh, nee, gar nicht mit die teuerste Einheit, die ich drin habe, äh, Fanatics. Hauke, ich weiß gar nicht, damals Fanatics, ich glaube, relativ günstig, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, waren Fanatics auch damals schon, ähm, Regimentserweiterung. Also, dass du die gar nicht selbst kaufen konntest, sondern dass die, wie gesagt, eine Erweiterung des Regiments waren. Und ich meine zu erinnern, 25 Punkte ein, ein, ein Fanatic. Okay. Während 20 Goblins 60 Punkte kosten. Ja, Wahnsinn. Also, äh, die kosten jetzt hier, drei Stück kosten 195. Ähm, ich bin gespannt, was die dann auch machen. Natürlich dürfen bei solchen Goblins, äh, die aus dem, aus dem Sumpf, beziehungsweise auch aus dem Wald kommen, keine Trolle fehlen. Also habe ich drei Trolle dabei, die dann, äh, so fettsackig durch die Gegend laufen. Dann habe ich nur fünf, ähm, Bogenschützen da mit bei. Aber auch alle ausgestattet mit, mit Sergeant, Musiker und Bannerträger da mit bei. Ähm, fünf Leute mit, 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 ähm, mit einem Bogen. Ich weiß nicht, ob das zu wenig war, aber ich habe mir gedacht, von wegen, nimmst du einfach ein bisschen was rein und dann ist gut. Und, ähm. Was haben die denn für eine Reichweite? Äh, 24 Zoll. Mhm. Fand ich jetzt. Das geht aber. Ne, also eine Attacke mit Rending. Ich habe gedacht, von wegen so, das ist vielleicht nicht ganz das Schlechteste, so nach dem Motto. Man, man muss auch eine Sache bedenken, ne? Bei Warhammer Fantasy Battle hast du das Problem, dass immer nur der Frontrang schießen kann. Bei One-Page-Rules ist es so, dass ja die Regel gilt, dass Modelle der eigenen Einheit das Schießen nicht beeinträchtigen. Das heißt, hier kannst du die durchaus in zwei Rängen aufstellen und es können alle schießen. Das ist ein ganz anderer Schnack. Ja, genau richtig. Und um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden, äh, in der Armeelliste, habe ich mir, äh, einen Grott-Pump-Wagon geholt. Den habe ich auch ausgedruckt. Mega. Der Bommel. Und der rollert dann mit seiner Todeswalze, rollert der einfach nach vorne und wird angetrieben von diesen kleinen Grotzen, die da oben drauf sind. Die wirklich noch ein ganzes Stück kleiner sind als die Goblins an sich und ich bin sehr gespannt. Ähm, es fügt sich so vom Sehen her, fügt sich das ganz gut in die Armee ein, weil es halt auch, äh, ja, äh, eine kleinere, ähm, Grott-Geschichte ja ist und so weiter und so fort. Also, es passt eigentlich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall in der Goblin-Armee, in der Goblin-Armee musst du ein Pump-Wagon dabei haben. Auf jeden Fall. Also, es ist keine richtige Goblin-Armee. Ja, den fand ich einfach so witzig, weil der hat Roller quasi so im, äh, im Nahkampf, ne. Dann, äh, läuft er dann mit zwei Attacken und AP1 einfach über die feindliche Einheit drüber. Ähm, was mir aber viel, viel, viel besser gefallen hat, sind die, ähm, die, die Crew-Mitglieder auf dem Teil selber, die, ähm, Sachen rumwerfen innerhalb von zwölf Zoll, mit, dass das quasi sechs Attacken sind. Und da hab ich gedacht, von wegen so das Modell, das musst du haben, das hab ich mir ausgedruckt, hab's zusammengeklebt und, ähm, das ist jetzt noch, eben wegstellen, eben noch für die Bemalung dann halt da mit bei, ne. Ähm, Bemalung, nächstes Thema, die habe ich ganz normal mit Wrathbone, hab ich die, äh, grundiert und hab dann einfach Contrast-Farben drüber getan. Sowohl von Vallejo als auch von, von Games Workshop. Und, ähm, das geht echt flott von der Hand. Also gerade so die grüne Haut, ähm, ähm, von den Goblins, das geht super gut von der Hand. Dann haben die schwarze Umhänge von mir immer noch so ein bisschen, ich glaube, rote Augen hab ich den gemalt, mal eine rote Zunge und so ein bisschen, äh, mit Contrast-Farbe so, ähm, ich sag mal so ein Fuchsschwanz und mit Wildwood zum Beispiel das Holz bemalt. Und dann hab ich den ganzen, nachdem das alles getrocknet ist, hab ich denen nochmal eine Portion Army Painter Quickshade verpasst. Und als das getrocknet war, kam da Mattlack drüber und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ähm, das ist mein Go-To, hätte ich jetzt fast gesagt. Für so eine schnelle Armee, die so zusammenzuschustern. Weil das Quickshade, das holt nochmal so ein bisschen mehr so, ähm, Details raus. Also auch gerade so auf der Haut von den, von den Goblins oder, äh, beim Holz nochmal so ein bisschen mehr. Ähm, das war für mich ziemlich, ziemlich nice. Deswegen ist das so, so gewesen. Ja, das sind, äh, wie gesagt, ich glaube 37 Figuren, 1000 Punkte. Piwi, kurze Frage, was hast du berabt für die STL-Dateien insgesamt, für die gesamte Armee? Alles drum und dran. Boah, 40 Euro. Alter Schmiede. Druckkosten, Pi mal Daumen, alles zusammen 100 mit, mit Kauf der Dateien? Äh, nee, ich sag mal jetzt, wenn du dir jetzt Resin holst oder so, ich hab jetzt ein gutes, äh, gut und günstig Resin gefunden von Sunlu, ein ABS-Like, äh, kostet mich der Liter 24 Euro. Und da kriegst du schon ... Die Armee war ja, war ja kein Liter, oder? Nee. Also die Armee war im Leben Liter. Nein, 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 war's auch nicht. Also vielleicht, sagen wir, 50 Euro hat die gekostet, die Armee inklusive ... Mit allem drum und dran, ja. Also wenn du alles dann, ne, so auf, auf meine, auf meine, sag ich jetzt mal, ne, Sachen, die ich dann noch brauche, wie Handschuhe rausgerechnet, wie Alkohol rausgerechnet für Saubermachen und so. Ja, okay, okay, das musst du theoretisch, aber ... Ne, das hab ich mal rausgerechnet. Wie willst du das pro Modell, also, ja. Nee, das müsstest du dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, müsstest du den Liter holen und das dann wieder runterrechnen auf die Minis. Das ist viel zu viel gerechnet, hätte ich jetzt fast gesagt. Also mit allem drum und dran, so, ich sag jetzt mal, bist du bei 40 bis 60 Euro, je nachdem, was du für ein Resin auch nimmst. Ja. Ich frag mal, ich frag mal ganz hier redet, was hast du für das Grundregelwerk und das Armeebuch ausgegeben? Äh, Grundregelwerk 5. oder 6. Edition? Oder was meinst du jetzt gerade? Nein, von Patrules. Äh, ich habe 5 Euro. Ich habe 5 Euro im Monat bezahlt, weil ich Patreon bin. Ja. Also, wir sind hier irgendwo in einem Bereich, wenn man jetzt mal unfairerweise die Anschaffungskosten für den Drucker rauslässt, ne? Sind wir eigentlich im Bereich, wo wir sagen können, eine gesamte Armee mit dem gesamtnotwertigen Regelwerk kostet weniger als der Combat Patrol Space Marines? Definitiv. Also, wenn du einen Drucker hast ... Mehr als doppelt so viele Modelle. Ja, und kannst halt, wenn du die Standardmodelle hast, kannst du es ja natürlich auch dir so erweitern, wie du Bock hast, ne? Und, äh, äh, also ... Das ist ja nicht das Problem dann nachher, ne? Dann machst du eben noch mal so einen 10er-Block, druckst du dir aus und flanschst den hinten an einen anderen 10er-Block an. Dann hast du einen großen Block, der da rumläuft, so nach dem Motto, ne? Ja, oder du kannst ja sogar einfach die Modelle spiegeln im Slicer. Dann hättest du da sogar noch mal alternative Posen. Theoretisch. Alter, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das hab ich bei meinen Sauriern zum Beispiel gemacht. Die haben irgendwie nur drei, vier Posen gehabt und ich hab die einfach noch mal gespiegelt, damit die noch mal ... Also, man sieht das, dass die gespiegelt sind, ne? Also, das ist jetzt nicht so unterschiedlich von der Pose her. Wenn du die zwei nebeneinander stellst, dann siehst du schon. Aber wenn du die schön ein bisschen geschickt miteinander mischst, dann sieht das aus, als hättest du mehr Posen, als du eigentlich hast. So, und ab sofort hat Phil jetzt einen neuen Spitznamen. Das ist ja nur ein Klick. Ja, das ist nur ein Klick, genau. Phil hat jetzt den Spitznamen PDF von mir. Phil, du Fuchs. Das ist ja ... Alter, auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ich slice da immer rum und pack die im richtigen Winkel hin und was weiß ich nicht was, ne? Aber auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Also, wenn ... Ich hatte das auch mal bei irgendeinem STL-Satz, nenne ich es jetzt einfach mal, wo es auch einen Teil gab, was du zweimal brauchtest, wo sogar dann in der Anleitung stand, zum Ausdrucken einmal spiegeln, damit du es für beide Seiten irgendwie ... Ich weiß nicht mehr, was das war, ob es Füße waren von irgendwas oder so. Keine Ahnung. Und deswegen dachte ich so, hm, das kannst du ja eigentlich mit allem einfach machen. Dann hast du immer noch mal eine alternative Pose irgendwie. Das ist supergeil. Das werde ich demnächst noch mal irgendwie benutzen, glaube ich, wenn ich irgendwelche Dinge habe. Ja, last but not least, Hauke, wie sieht es denn bei dir aus? Du Filou. Okay. Ich hole da mal ein bisschen weiter aus. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier einzelne Teile wiederhole, die ich schon mal in anderen Podcast-Folgen gebracht habe, bitte ich um Nachsicht. Aber um das mal im Gesamtüberblick halt klar zu machen. Also, der Aufhänger ist folgender. Meine Leib- und Lebenarmee, also das, was ich am allermeisten liebe, sind meine Bretonen der fünften Edition. Mit denen bin ich quasi ins Fantasy-Battle-Hobby gekommen. Und diese Figuren sind unerreicht. Also, aus jeglichen anderen Figuren, die es gibt, kommen da nicht ran. Weil genau dieses Augenzwinkern halt bei dieser Armee ins absolute Extrem geführt wurde. Und die großartigste Figur aus meiner Sicht ist Jules Le Jongleur. Das ist der Gefolgsmann eines Questritters von Tristan, dem Sänger. Und Jules, sein treuer Jongleur, geht mit ihm auf die Graalsqueste. Und der hat halt ein Hofnarenkostüm und ein Steckenpferd. Und rennt dann mit diesem Ritter halt übers Schlachtfeld bei Warhammer Fantasy-Battle. Und von den Regeln ist es so, wenn ich mich richtig erinnere, verliert der Gegner von Tristan jeweils eine Attacke, weil er die ganze Zeit von Jules gedisst wird. Was ist das für eine stelle Regel? Genau. Das ist ja echt super. Und diese Armee von damals hat einfach alles, was ich mir wünsche für Tabletop. Und zu dieser Armee ist dann später, also Mitte der 90er ist diese Armee halt erschienen, zum damaligen Grundregelwerk. Und etwas später gab es dann ein Kampagnen-Set, das hieß Im Bande des Blutes. Und das ist eine Kampagne von vier Gefechten zwischen Bretonen und Untoten. Und die Untoten sind, und das war damals auch neu, das gab es überhaupt gar nicht, nicht die normalen Untoten, die vampirischen Untoten aus dem Imperium, sondern bretonische Untote. Mit der Hintergrundgeschichte, dass ein bretonischer Herzog auf einen Kreuzzug nach Arabien gegangen ist. Und in seiner Abwesenheit hat man quasi seine Kinder eingesperrt, seine Frau getötet und ihm übelstes Unrecht angetan. Und er ist nun in Arabien, will eigentlich gegen Khemri kämpfen und wird dann zwischendurch von einem Vampir gebissen, sodass er selbst zum Vampir wird. Und als er dann vom Kreuzzug zurückkommt nach Bretonien und sieht halt, dass seiner Familie Unrecht getan wurde, dreht er halt komplett durch und wird zum sogenannten Roten Herzog. Und es beginnt ein bretonischer Bürgerkrieg zwischen dem Breton und den Untoten Bretonen sozusagen. Das ist diese Kampagne. Und die wollte ich meinen Lebtag eigentlich mal spielen und auch beide Armeen haben. Und dann kam die Hobbypause und dann war das weg. Nun habe ich dann, als ich ins Hobby wieder eingestiegen bin, 2013, als allererstes meine alten Bretonen überarbeitet. Und dann gab es Angebote für Skelette und Untote bei Games Workshop. Da habe ich dann zugeschlagen. Und diese Untotenmodelle lagen bei mir fast zehn Jahre auf dem Pile of Shame. Und irgendwann habe ich gedacht, Alter, das nützt nichts, du musst die jetzt rausholen. Und dann ist es halt so, dass du sie halt nicht mit Heavy Metal Masterclass anmalst. Dann musst du deinen Anspruch runterschrauben und sie mit weniger Effet halt anmalen und dich damit einfach zufrieden geben. Aber dann ist das Zeug wenigstens angemalt und du kannst damit spielen. Und bei Rank and File kam dann der Gedanke, genau diese Armee zu nehmen, mit dem, was ihr ja auch beschrieben habt, halt die Armee mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand halt zu bearbeiten. Und weil es mir nicht möglich war, bei Rank and File 23 bei 1500 Punkten diesen bretonischen Herzog mit seiner Armee aufzustellen, weil das einfach eine größere Armee sein muss, habe ich sozusagen eine Abwandlung davon genommen, nämlich dann Eloise Lassiomere, eine bretonische, ja, ein bretonisches Gespenst, wenn man so will, die als Nekromantin zählt und halt ihre Gefolgsleute halt ins Leben nach dem Tod ruft, um halt Bretonien zu verteidigen. Das war Rank and File 22 mit 1500 Punkten für Warmer Fantasy Battle. Und genau da setze ich jetzt an, ich werde jetzt diese Armee von 1500 Punkten auf 3000 Punkte hochziehen, was relativ zügig geht, weil ich jetzt nur noch teure Sachen anmale. Die 120 Infanteristen habe ich letztes Jahr bemalt. Das heißt, jetzt ist nur noch schwarze Kutsche, Reiterei, entspannte Sachen halt, also was echt überschaubar ist, aber richtig Punkte bringt halt. Das steht jetzt an, in den nächsten zwei Monaten. Ich habe auch im Laufe des Jahres immer hin und wieder mal hier oder da was angemalt, so dass jetzt tatsächlich mittlerweile dazugekommen sind, eine Einheit Fledermäuse, eine Einheit Skelettbogenschützen, mehrere Charaktermodelle. Das kommt jetzt alles dazu und dann möchte ich gerne zum Ende des Jahres diese 3000 Punkte Untotenarmee für Bretonische Untote fertig haben. Und dann kann ich das Projekt abhaken und sagen halt dann, um mich dann halt der nächsten Sache zu wenden. Und wenn ich irgendwann mal meine, dass ich den Malstandard, den diese Armee hat, weiter hochziehen muss, dass ich es weiter bearbeiten muss, dann kann ich es ja immer noch machen. Im Wesentlichen fehlt halt das Schichten und Highlighten. Das kann ich machen, aber das ist so gedacht im Pareto-Prinzip halt, lieber erstmal 80% der Figur mit 20% des Aufwandes halt anmalen, spielbereit haben und dann die verbleibenden 20% mit 80% des Aufwandes halt nach und nach vielleicht mal machen. Aber du hast ja eine gute Grundlage im Prinzip, wo du das dann machen kannst. Genau. Und dann kannst du dir immer mal eine Einheit nehmen und die mal irgendwie Wochenende überarbeiten. Dann nimmst du dir das nächste Mal die nächste Einheit, überarbeitest die. Und dann kommst du halt auch langsam vorwärts. Aber du kannst mit den Figuren halt schon spielen. Und spielen ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich habe die Armee, die ich letztes Jahr bemalt habe, ich weiß, ich weiß, dass ich das bei der letzten Kantiner-Folge schon vorgelesen habe. Ich lese es jetzt trotzdem nochmal vor. Die besteht aus einer Nekromantin, nämlich Eloise Lassiomere, Jacques und Jules in Kürbisjockels, zwei weitere Nekromanten, drei Kerneinheiten aus jeweils 20 Perspektive, 24 Skeletten. Spezielle Einheiten sind 20 Grabwachen, sechs Black Knights, also Skelettritter, und drei Carrion Birds, das sind Riesenfledermäuse, sowie als seltene Einheit eine Banshee. Dazu ein paar magische Gegenstände, 1500 Punkte. Diese Armee von 1500 Punkten, wenn ich die nicht nach Warhammer Fantasy Battle aufstelle, sondern mit den Figuren, die ich sozusagen hier im Skat habe, eine OPR-Armee aufstelle, komme ich ohne Probleme auf 1000 Punkte. Und zwar genau auf die 1000 Punkte, die wir dann am 4.11. mit den anderen Teilnehmern oder zwei weiteren Teilnehmer von Rank and File, nämlich mit Stefan aus Mülheim und Mattes von The Table Potties spielen wollen. Mattes, kommen wir gleich auch noch, der hat ja Skaven und Stefan halt Chaoszwerge. Und da wollen wir mal gucken, was passiert. Und weiter, wenn ich diese 3000 Punkte, die ich für Warhammer Fantasy Battle anstrebe, auf OPR umrechne, dann komme ich auf eine vergleichbare Armeegröße. Und verblüffenderweise, obwohl die einzelnen Regimenter kleiner sind bei OPR, sind trotzdem fast alle Figuren in der Armee enthalten. Das ist mir auch ziemlich cool. Und wie viele Punkte hast du dann da? Auch 3000 oder wie? Also ich habe das eben, ich kann das mal kurz anteilig vorlesen. Moment. Ich habe jetzt eine 2000 Punkte Armee aufgestellt für OPR. Die besteht aus Eloise, dem einen Kürbisjörgel, also Jug, dann Joule, dem anderen, der Banshee, also exakt die vier Charaktermodelle, die ich auch habe bei Warhammer Fantasy Battle. Dann habe ich drei Einheiten zu jeweils 20 Skeletten, das heißt, acht Skelette verbleiben im Skat, die ich nicht aufstelle. Anstelle der einen Einheit 20 Grabwachen habe ich zwei Einheiten Skeleton Guard zu jeweils zehn. Hinzu kommen die von mir mittlerweile bemalten zehn Bogenschützen, weitere zehn Skelett-Ritter, die aber auch für den 2000-Punkte-Block dazu kämen, und ein Schwarm Fledermäuse. Das heißt, außer den Fledermäuse und die Bogenschützen wären nicht in der Fantasy-Battle-Armee drin, die sind sozusagen zusätzlich drin. Dafür hat diese Armee ziemlich exakt im gleichen Punkte-Bereich eben nicht die entsprechenden magischen Gegenstände, weil es die Armeelisten halt nicht hergeben. Aber ansonsten sind es fast deckungsgleiche Armeen. Hätte ich so nicht erwartet. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, die Regiments-Punkte, da bin ich eh noch nicht so drin und auch noch nicht so durchgestiegen. Klar, die Modelle zu übersetzen, das ist immer noch genauso einfach, wie ich finde, wenn man erst mal sich länger damit beschäftigt hat, wie bei den anderen Systemen. Was ich übrigens immer höre, dass das für viele Einsteiger superschwierig ist, die Modelle sozusagen in die OPR-Regeln zu übersetzen. Aber ja, das kann schon gut sein, ja, weil ich sag mal so, die empfohlene Punktzahl ist ja komischerweise auch 750 als Einsteigerarmee und 1500, was ja auch, sag ich mal, stark abweicht von zum Beispiel Grimdark Future, wo wenn du da, sag ich mal, jetzt eine Armee erstellst, wird dir vorgeschlagen 2000 oder 1000. Also deswegen kann es schon gut sein, dass die da die Sachen alle ein bisschen teurer gemacht haben oder so, keine Ahnung. Was man bei One-Page-Rules-Regiments erst mal verstehen und begreifen muss, ist halt, dass Charaktere in Einheiten zwar gegen das Charaktere-Limit zählen, aber nicht gegen das Einheiten-Limit. Ja. Ist aber überall so. Ja, aber das war mir nicht bewusst und das habe ich erstbegriffen nach dem Mathis mir das heute erklärt hat. Vorher war ich nicht dazu in der Lage, selbst mit Chaos-Kriegern 1000 Punkte aufzustellen, weil ich da einfach nicht genug Einheiten zusammenbekam. Jetzt ist das gar kein Thema mehr. Und das ist auch, das muss ich auch nochmal sagen, das ist, das war der Moment, wo ich wirklich die Früchte von Rankinfall 22 eingefahren habe. Wir hatten das ja im Vorfeld besprochen, dass wir uns am 4.11. treffen wollen, dass wir das spielen wollen und ich war in der Lage, dass ich nicht nur eine nicht vollständig bemalte Armee hatte, sondern ich hatte tatsächlich auf einmal drei Armeen, mit denen ich jeweils 1000 Punkte vollständig bemalt zusammen bekäme, sodass ich auf einmal nicht mehr in der Situation war, dass ich da irgendwie die Not zur Tugend machen musste, um da irgendwelche Sachen mitzunehmen, sondern dass ich tatsächlich auswählen konnte, die Wahl der Qual hatte, was nimmst du denn? Und ich dachte dann, wenn wir jetzt schon Rankinfall 23 machen, dann nimmst du natürlich die Untoten. Obwohl ich eigentlich am liebsten die Bretonen gespielt hätte. Das ist nun mal meine Lieblingsarmee, aber das mache ich dann bei Rankinfall 24, da werde ich so die Bretonen durchdrehen, echt, also das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen, echt. Das habe ich irgendwie noch nie gehört, dass irgendjemand sagte von wegen so, komm, wir spielen Rankinfall System, wie zum Beispiel Warhammer Fantasy. Oh, welche Armee nehme ich denn heute aus meinem Schränkchen? Welche von den 15 nehmen wir denn heute? Ach komm, ich lasse ein Würfel. einen Typen kenne ich, einen Typen kenne ich, der könnte das machen, aber der spielt gar nicht. Ich weiß, von wem ich rede. Ja, ich wollte gerade sagen, da gab es eine Story. Aber ich muss ehrlich sagen, immer wenn wir über Warhammer Fantasy Battle reden, muss ich an Total War denken und habe auch wieder angefangen, das zu spielen, weil es einfach so viel Spaß macht und Hauke, ich muss dir das unbedingt mal zeigen, auf jeden Fall. du musst das einfach mal mit eigenen Augen sehen. Das ist einfach so, das ist, also besser kann man, glaube ich, dieses ganze Setting nicht in ein Spiel übersetzen, außer man würde es wirklich rundenbasiert machen, aber ich sag mal so, die Action in so einer Live-Schlacht, das ist schon was, also echt fantastisch. Ich kenne das Spiel, ja, aber ich habe mich da aus guten Gründen von fern gehalten, denn wenn dieser Damm erst mal bricht, dann würde man mich nicht mehr vom Computer wegbekommen. Ich kenne das mit Dawn of War, das war genau das Gleiche. Ich bin alles andere als ein Computerspieler. Aber irgendwann habe ich mir dann doch Dawn of War gekauft und als ich das gespielt habe, habe ich da Wochen vorverbracht und wirklich in jedem Detailgrad gespielt und mit, also alles rausgeholt aus dem Spiel, was geht. Und am Ende muss ich dann sagen, halt nutze ich die Zeit dann doch lieber, um Sachen zu bemalen, als Computerspiele zu spielen. Das ist zumindest mein Ding und darum halte ich mich von Total War einfach weg, weil ich da einfach zu anfällig für wäre, weil es genau das ist, worauf ich mega Bock habe. Ja, das Problem ist auch genau das, also bevor ich mit dem Hobby angefangen habe, habe ich halt ganz viel Total War Warhammer 2 gespielt. Das war vor dem Einstieg ins Hobby und wenn ich das jetzt hier so recht sehe, warte mal ganz kurz, was du halt sagst, dass man da halt echt versumpft. Also ich habe im ersten Total War Warhammer habe ich 131,4 Stunden. So, das ist nur das Erste. Jetzt kommt der dritte Teil, der jetzt neu rausgekommen ist, da habe ich 99,2 Stunden. Also wir sind schon bei 220 Stunden. Und jetzt haltet euch fest, Total War Warhammer 2 712,9 Stunden. Ey Phil, ey, du hast noch ein Leben, oder? Ich habe einfach 1000 Stunden, ich habe einfach 1000 Stunden Total War Warhammer schon gespielt. Alter. Nun überleg dir mal, du würdest, du würdest pro Stunde eine Figur anmalen, ne? Ja, das wären 1000 Minis gewesen. Wie gesagt, ich war da noch nicht im Hobby, als ich das gespielt habe. Das ist also mit dem Hobby, deswegen habe ich jetzt im dritten Teil auch gerade mal 100 Stunden. Ne, weil ich halt die Zeit lieber mit Figuren bemalen verbringe zum Großteil. Teil, aber nichtsdestotrotz kommt es dann halt doch schon mal vor, dass ich halt morgens ein bisschen früher aufstehe und dann denke so, hm, hast du einen Kaffee getrunken, was machst du jetzt? Ach, setze dich erstmal eine Runde hin und zackst mal wieder eine Kampagne. Und so hast du dann auch ruckzuck wieder 100 Stunden zusammen, ne? Ich beneide die Menschen, die mit sowas verantwortlich und im vernünftigen Maße umgehen können. Ich muss allerdings konstatieren, für mich selbst persönlich, ich kann das nicht. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen ich komme zerschlagen und zerstört von der Arbeit nach Hause und könnte mich dann entweder an den Rechner setzen und zum Beispiel auch ein Spiel, das mir die ganze Zeit unter den Fingernägel brennt, ist die letzte Version von Space Hike mit den Dark Angels. Das zu spielen oder zu malen, so wäre doch der einfache Weg, immer den Rechner anzumachen und da einfach rumzudatteln. Und im großen Ergebnis weiß ich, dass mich das nicht glücklich machen würde. Und deshalb fange ich damit gar nicht erst an, weil ich damit einfach nicht umgehen kann. Ja, aber dann ist doch gut, dass du für dich dann so einen Weg gefunden hast, wo du gleich von vorne rein sagst, von wegen so, ne? So, ich fange nicht so schleichend einfach mal an, so nach dem Motto, und guck mal, ob das wirklich so meine Erfahrung erspricht, sondern du sagst gleich von vornherein, bam, das ist nix. So, Bums, aus Ende und dann lass ich's. So, weil ich weiß, wie ich dann ticke. So, und dann ist doch alles tutti. Das hat ja auch einen Grund, warum ich ein Computer mit einem Betriebssystem habe, dass wir hier nicht nennen können. Aber weil sich einfach kein Bedürfnis ergibt, das irgendwie Computerspiele tauglich zu machen. Und Word läuft und Internet durchlesen kann ich auch damit. Also, mehr brauche ich faktisch nicht. Jetzt, durch den Podcast macht es Sinn, halt hier mal aufzurüsten. Aber vorher war das irrelevant einfach. Ja. So, da wir jetzt ja schon 49 Minuten über unsere Armeen gequatscht haben, wollen wir natürlich auch noch die restlichen Minuten damit nutzen, um einfach mal im Discord, glaube ich, zu gucken. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu erzählen zu deiner Armee, was wir vergessen haben, Hauke. Nee, ich glaube, ich bin durch. Also, ich habe garantiert was vergessen. Aber das ist ja der Auftakt zu Rank & File 23. Das heißt, es wird dir noch genug Gelegenheit geben, alles Mögliche andere zu berichten. Genau, wollte ich gerade sagen. Okay, dann lass uns doch mal in den Channel Rank & File 23 einfach mal reingucken. Und wir beginnen ab dem 1.10. Ja, also am 1.10. um 16.51 habe ich quasi das erste Bild der komplett grundierten Armee gepostet und dann auch direkt am selben Tag mit dem Farbstema des Skings angefangen. Das habe ich ganz einfach gehalten. Grün für die Haut, gelb für die Schuppen und dann eine Bonenfarbe, Knochenfarbe für die Waffen. Und danach hat Hauke seine Überlegungen vorgestellt, denke ich, seine Base-Render statt Rhinox-Hyde mit Steel-Legion-Rap zu bemalen. Und das wurde dann auch gleich, sage ich mal, bestätigt, dass es ja gar keine anderen validen Farben gäbe, außer vielleicht noch Goblin Green. Hat der Matthias dann gleich quasi gefeiert und es scheint auch sehr viel Anklang zu finden, weil das ja genau wieder dieses Nostalgie-Thema einfach ist. Und direkt danach kommt einfach Stefan um die Ecke, mit seinen Chaos-Zwergen, der noch irgendwie, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, sagte so, oh nee, also bis wir das irgendwie da anfangen, da kriege ich ja niemals irgendwie nicht mal, habe ich ja nicht mal die Modelle hier. Und dann hat er schon gleich das erste Rediment irgendwie gefühlt fertig. Ist auch sehr schön geworden, auch mit seinen Chaos-Zwergen. Ich weiß nicht, ob das ein Hexer ist, weil die haben ja keine Runenpriester, oder die Chaos-Zwerge? Nicht, dass ich wüsste. Weiß ich gar nicht, aber du meinst den rechts auf dem Bild, mit seinen Flammen in der Hand, ne? Ja, Ja, der ist vorgeworden. Genau, mit diesen Flammenhänden und natürlich auch dieser Taurus, dieser fliegende Taurus. Ich glaube, Taurus heißen die, Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder Mantikor. Wie heißen die richtig? Hauke. Nee, das ist ein Taurus, meine ich. Ja, das ist alles so minoisch, babylonisch irgendwie geprägt. Also mit Taurus liegt man da richtig. Es gibt noch für irgendein anderes Monster, gibt es noch einen super Begriff, aber die habe ich auch nicht präsent jetzt. Das weiß ich nämlich auch nicht. Was ich gerade noch fragen wollte, Hauke, wie weit bist du denn jetzt verblieben mit deinem Base-Rand? Ja, also das war echt eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Die Figuren, also das waren ja Pi mal Daumen, 120 Figuren, die alle einen Base hatten mit Rinox-Height. Das sieht so auf 10 Zentimeter bei optimaler Zimmerausleuchtung auch gut aus, aber dass es kein Standort für ein Spiel. Der Kontrast war einfach aus meiner Sicht zu stark, obwohl Manuel, unser alter Farbelehrer, sicherlich immer sagt, Kontrast ist das A und O, aber das war trotzdem zu viel. Und dann habe ich ja auf dieses Stilied Strap umgeschaltet, das sieht bedeutend besser aus. Aber diese ganzen Figuren, echt wirklich, 120 Figuren umzumalen, das war echt ermüdend. Also du weißt ja gerade, was du da machst, ne? Und das 120 Mal ist echt eine Ansage. Damit bin ich jetzt aber fertig, sodass ich jetzt komplett bei Rank and File für To-Go bin. Was ich allerdings sagen wollte, Stefan, ne? Mit seinen Chaos-Bagons, ist ja, ich hoffe, dass er mir das jetzt nachsieht, das ist ja nicht böse gemeint, aber Stefan ist genauso ein Opfer wie Mattes halt. Ich erinnere das noch, ich erinnere das noch 100 pro. Mattes im Table-Podcast sagt so, ja, also ich hab jetzt für mich festgestellt, dass diese Massenschlachtsysteme eigentlich überhaupt nix mehr für mich sind. Ich spiel nur noch Skrimmish. Ja. Eine Woche später hat Mattes, so gefühlt eine Woche später hat Mattes angefangen, ich glaub, 80 bis 100 Knarnratten zusammen zu kramen, damit er eine Scaven an mir ausheben kann. An der er jetzt ja auch sehr fleißig malt halt, ne? Und Stefan geht's halt genauso, der halt auch so eher so Verstand und Herz war halt nicht überein zu springen und dann hat er gesagt, ich folge dem Herz und leg einfach los, scheißegal. Und dann zeigte er sich, es geht ja wunderbar. Ja und vor allem, wie du immer so schön sagst, wie Kai aus der Kistekammer dann gesprungen, ne? Und sagte, ja übrigens, ich bin eigentlich fertig, so nach dem Motto, ne? Und wir alle denken uns all Tage mal sich verarschen. Wie gesagt, am ersten Zehnten postet hier Stefan halt das erste Foto von seinen Leuten, echt, und die sehen schon geil aus, ne? Also da ist halt so ein bisschen Farbe drauf, die einen und anderen sind halt so gebased, aber das Ganze scheint noch so etwas in der Testphase zu sein. Erster Zehnter, wohlgemerkt. Ja. Diesen Monat halt. Ich wollte gerade sagen, also wir haben heute, wo wir das aufnehmen, den 19. Also von daher, ne? Echt krass, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ja und dann gehen wir weiter mit Phil, ne? Hat Phil so seine ersten Slapjob-Versuche da quasi dann mal dokumentiert. Ähm, was ich sehr geil fand, ist, wie du hinten da diesen Stegosaurier da irgendwie mit der Airbrush, hast du den wahrscheinlich gemacht, gehe ich mal von aus, ne? Ja, das war ursprünglich mein Plan, wo ich noch so dachte, so, oh, den mach ich mega fancy und, äh, da, da hau ich voll rein und, äh, der wird richtig krass und dann hier mit Golddetails und bla bla bla. War erst noch so die Idee, deswegen hatte ich halt angefangen, den so, äh, so die etwas weichere Haut in so einem Beige, äh, anzusprühen und die, äh, den restlichen Teil, die etwas härteren Stellen quasi mit so einem Grün und ja, letztendlich hab ich jetzt hier mein selbst angemixtes äh, braunes Wash drüber gehauen am Ende. Das ist ganz okay geworden, aber, ähm, ja, also, aber das, das Ding ist ja, wenn ich, wenn ich nochmal auf die Idee kommen sollte, Mensch, ich will das jetzt doch nochmal mit Details versehen, äh, das ist ja, sind ja so dünne Farben, die ich da aufgetragen habe, ich kann das ja jederzeit machen, also, das ist gar kein Problem. Das ist ja auch noch ein Riesenvorteil, finde ich, gerade von diesen Speedpaints, die verbauen dir nicht, äh, noch, noch weitere Schichten aufzutragen, sondern, äh, ganz im Gegenteil, ne? Du hast erstmal relativ fix ein fertiges Modell und wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich aber doch noch drüber layern, ja, wer soll ich davon abhalten, ne? Ja, hast du recht. Viel Spaß. Das ist das, was Hocke meinte, So dieses von wegen, du kannst ja immer noch dann dich hinsetzen und sagen, so komm, äh, ich nehme mir Einheit für Einheit für Einheit und mal die weiter, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, lass uns mal bei Mattes gucken, der hat nämlich am 2.10. seine Terrifying Engine of Destruction gepostet. Geiles Teil, ne? Ist das ein original, altes Todesrad? Ich glaube, ja, ne? Genau, das ist das alte Todesrad und wenn ich das richtig in Erinnerung hab, ist das sogar das zweite, das Mattes bestellt hat, denn ich glaube, er hat auf Ebay Kleinanzeigen schon mal ein anderes gekauft und da haben sie ihn mit abgezogen und beschissen. Ach, gesagt, ja, ist nicht angekommen, ne? Und jetzt hat er das zweite, ja, aber einige Sachen müssen sein und dann musst du halt auch mal ein zweites Todesrad bestellen, das ist denn eben so. Der ist echt geil, also das ist, und das ist halt, Die, die hatten echt Charme, ne? Also, es ist einfach Fakt. In der Tat. Vor allem, was denn noch nicht da ist. Wobei ich sagen muss, das neue Plastik-Kit, das neue Plastik-Kit von dem Todesrad sieht auch, also ist auch echt schick. Ja. Na gut, aber Metallfiguren wissen wir alle, ne? Das hat nochmal einen anderen Flair, ne? Wenn du so ein Metall-Mini in der Hand hast. Also, das Hauptrad des Todesrad, das ist ja ein großes Rad, oder besser gesagt, zwei große Räder zusammen, eine Weize sozusagen und dahinter noch zwei kleine zum Stabilisieren und die Großen haben ungefähr einen Radius von, ich würde sagen, zweieinhalb bis drei Zentimeter, also Durchmesser von bis zu sechs und das ist massiv Metall, ne? Also, dahinter siehst du halt die ganzen Leute, die in dem Todesrad laufen, die ganzen Ratten. Damit kannst du Fenster einschmeißen mit der Miniatur. Also, das ist kein Witz. Ja, also, ich glaube, wenn du das irgendwie in die Regiswand wirfst oder sowas, dann kommt auf der anderen Seite das Ding wieder raus. Ja. Vor allem vorne mit den ganzen, mit den ganzen, ganzen Drüssels da und so weiter und so fort. Ne? Also, ein sehr, 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 sehr geiler Bausatz. Ja. Das, von der, von der Detailvielfalt, ähm, ich sag mal so, mit dem Plastikbausatz nicht zu vergleichen. Also, der sieht einfach anders aus, ne? Aber, äh, hat seinen eigenen Charme. Ja. Und ist sicherlich eine Herausforderung zu bemalen, denn, also, ich muss mir vorstellen, du musst dir jetzt in dem Todesrat das Zeug anmalen, ne? Da kannst du dich einfach nur reinsprühen, da musst du richtig die Ratten drin anmalen halt, ne? Also, da werden wir noch ein ordentlich Gefluche von Mattis Höll, wenn er das Ding anpinselt. Das wird doch Stefan sowieso alleine anmalen. Das kann auch sein. Das kann natürlich passieren. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann gehen wir auch schon weiter. Hauke, du hast auch am 2.10. noch ein bisschen was gepostet. Relativ zu später Stunde ein komplettes Regiment an Skeletten. Ja, man kann, also, der kundige Betrachter wird daran folgendes sehen. Zunächst aber sind die dann alle, wie ich vorhin sagte, halt auf Steel Legion Drap umgebased. Aus meiner Sicht ein viel, viel besseres Bild. Das Regiments Base dazu ist halt auch auf Steel Legion Drap umgebased, ist dann allerdings noch mit mehreren Farben etwas hochgebürstet worden. Und, man sieht hier einen ziemlich starken Unterschied in der Farbgebung. Das liegt aber an dem Flutlichtscheinwerfer, den ich von PKFo Felix gekauft habe. Unter normalen Bedingungen sieht das ziemlich einheitlich aus. Mit der Lampe von PKPro, das Ding ist so gold wird. Ich weiß nicht, wie ich jemals ohne diese Lampe leben konnte halt. Shoutout an Felix, Shoutout an PKPro, supergeile Lampe. Nur für Fotografien ist es nicht unbedingt geeignet, dann ein adäquates Abbild zu schaffen. Also das Ausleuchten ist kein Problem halt. Aber was man auch sieht, ist halt, der Standartenträger hat vorher noch die weiße Lilie getragen, die ich da raufgebackt hatte, für die Gefolgsleute von Eloise. Die habe ich mittlerweile entfernt, weil das ja letztendlich in letzter Konsequenz ja trotzdem die Armee des Roten Herzogs werden soll. Das heißt, auf die ganzen Banner kommen Freehands. Was, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich jetzt die Freehands nicht male, weil wenn ich mir jetzt Gedanken um diese Freehands machen würde, dann würde die gesamte Armee zum Stillstand kommen und nicht weiter gemalt werden. Das ist so ein typisches Beispiel für etwas, was du nachholen kannst. Da sagst du mir einfach, heute ist der 3. Mai, ich habe nichts zu tun, ich male einfach mal einen Freehands drauf und fertig. Aber das kommt nicht im Weg der Armee und das soll halt hier verhindert werden. Der Rote Herzog, das ist doch der von Moussillon, ne? Genau. Kann das sein? Ja. Nee, Moment, Moment. Moussillon ist, das ist die Affäre des Roten Grails. Das ist noch etwas anderes. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es der Herzog von Moussillon ist oder nicht. Eigentlich ist das nicht. Aber ich weiß es nicht. Aber ich werde noch mal eine Hintergrundgeschichte raus, also andersherum. Wenn ich jemals eine Fluff-Folge bei Dice and Out zu Warme Fantasy machen würde, dann sicherlich zum Roten Herzog. Weil es dafür auch so viel zu erzählen gibt, dass man auch eine gute Stunde voll bekommt. Gut. Gehen wir weiter? Ja, drei Tage später, ne? Stefan, dritter, zehnter Feiertag, Deutschland hat Geburtstag. In die Fresse von Stefan. Jetzt können wir ungefähr sehen, was für den Rest des Monats auf uns zukommt. Noch am ersten Zehnten sozusagen, da dödelt er, ne dödelt ist das falsche Wort, hüsert er noch ein bisschen probeweise an seiner Ermehrung. Und am dritten Zehnten sieht die fast aus, als ob die kurz vor Fertigstellung ist. Die sind abgefahren, oder? Jetzt ohne Scheiß, ne? Selbst die Hop-Goblin-Sklaven, ey, hat er schon die 20 Stück oder wie viele das sind da runtergemalt. So mehr, ne? Ne, 25 sogar. Also ich find den Stil von Stefan, find ich echt nice, ne? Weil wenn man sich das mal so recht überlegt, ne? Also er macht da nicht viel Dudelei oder irgendwie sowas. Da kommt ne Grundfarbe drauf, dann highlightet er das einfach irgendwie ratzi-fatzi und dann ist gut. Aber das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Was ich ganz, ganz herausragend finde, ist hier das Gesicht des Tauros. Ja. Ich finde, dass man einen wirklich, dass man einen guten Maler von einem schlechten Maler daran unterscheiden kann, wie er dazu in der Lage ist, schwarz zu malen. Das ist die absolute Pest, finde ich. Also das ist, und bei Stefan ist das genau im richtigen Maße akzentuiert und gewasht mit schwarz, grau und hell. Das sieht, wenn du das natürlich mit der Lupe betrachtest, siehst du, dass das verschiedene Farbtöne sind. Aber wenn du es aus einer gewissen Entfernung betrachtest, ergibt es ein homogenes Bild, sodass du denkst, dass es wirklich Beleuchtung ist und nicht Farbe, die du siehst. Und das kann er absolut. Also es ist atemberaubend. Ja, ich finde, das Gesamtbild ist auch stimmig. Wenn man sich das mal so anguckt, wenn du mal, ich sag mal, so ein, zwei Bilder mal so durchscrollst oder irgendwie sowas, so, dann ist die Hauptfarbe ist lila, so, dann kommt da mit seinem Grün damit bei, was dann teilweise so einen OSL-Effekt einfach hat, so mit der Airbrush gesprüht. Und dann die Hörner teilweise, die sind so orange und das ballert natürlich total wieder raus, ne, aus der ganzen Nummer. Also wenn man sich diese Übersicht so anguckt oder irgendwie sowas, dann ergibt das ein sehr, sehr harmonisch, stimmiges Bild. Ja, auch die Farbe. Muten so eine gewisse Transparenz an, wie so Fledermausflügel durch seine Farbwahl. Ja. Ich finde, das Ganze sieht einfach aus, als ob es schon immer so gewesen wäre und nicht angemalt wurde. Das ist, das, da ist nicht, das Ganze sieht nicht aus, als ob da jemand sich ausgetugt hätte und mal irgendwie alle fancy Technik benutzt hätte, die es gibt, sondern einfach die Sachen so hat, wie sie sein sollen. Der, der, Chaoszwerg, der daneben steht, ne, auch die Farbe der Haut, die Farbe der Haare, auch das Metall, das ergibt alles ein Gesamtkonzept. Ich würde glatt behaupten, dass Stefan, ich weiß es nicht, aber ich würde glatt behaupten, dass er genau das gemacht hat, was TWS Michael immer predigt, dass du halt eine gewisse Farbe in alle anderen Farbtöne reinmixen musst, damit die sich dort drin irgendwie wiederfindet und genau danach sieht es aus. Müssen wir ihn mal fragen, wenn wir uns sehen. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Dann bin ich sehr gespannt. Ja, definitiv, definitiv. Ja, und kurz darauf wurde, wurde glatt eine, wie ich finde, relativ wichtige Frage in den Raum geworfen, und zwar vom Dutchie Maxwell. Und zwar hat er da gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Basegrößen wegen Old World und OPA und muss ich mir da Gedanken machen oder nicht? Und ich glaube, zumindest zu OPA können wir einfach mal, sag ich mal, die Behauptung aufstellen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Also ob ihr jetzt die Armee für Warhammer Old World aufstellt oder für 6. Edition, also bei OPA ist einfach nur die Faustregel, es muss, das Gesamtbild muss irgendwie konsistent sein und dann einigt man sich mit den Mitspielenden quasi drauf, dass das alles cool ist und dann ist gut. Also da gibt es keine, da gibt es Vorschläge auf jeden Fall im Regelwerk, wie groß, wie die zur Orientierung, aber das sind keine festgelegten Regeln. Also macht euch da nicht zu viele Gedanken, stürzt euch einfach in das Projekt, was ihr Bock habt und wenn ihr dann mal als Alternative Age of Fantasy Regiments ausprobieren wollt, da stehen euch alle Türen offen, also alles ganz entspannt. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir es spielen mit OPA Regiments, wie sich das dann halt auch auf dem Spielfeld schiebt mit den ganzen Regimentern und so weiter und so fort. Ich sag mal, dann hast du plötzlich vielleicht Figuren auf 20 Millimeter, ich hab die auf 25 Millimeter. Ja gut, aber man weiß, die Einheit ist in Kontakt. So, und dann ist doch gut. Ich glaube, wenn wir das bei Fantasy hätten oder so, Hauke, ich glaube, da wäre das ein bisschen wichtiger, die richtigen Basegrößen dann dementsprechend zu haben. Es kommt drauf an. Also die, es ist ja eine relativ klare mathematische Linie, ne? Also hier, je schmaler das Base, desto mehr Figuren bekommst du in den Frontrang auf eine gegebene Breite, desto mehr Attacken. Das kann bei Modellen, bei Chaoskriegern zum Beispiel oder erhabenen Chaoskriegern, die, glaube ich, wenn sie eine zweite Nahkampfwaffe tragen bis zu drei Attacken haben, kann das einen Unterschied von drei Attacken im Frontrang machen. Das ist nicht zu verachten. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das nicht kriegsentscheidend. Ich glaube, das wirklich Entscheidende ist, dass man seine Figuren nimmt, die so based, dass das vernünftig aussieht und dass man die mit den anderen Figuren vernünftig ins Regiment stellen kann und dass die als Regiment insgesamt auch noch vernünftig aussehen. Das muss erstmal gut aussehen. Und wenn man das hat, dann ist eigentlich gut, dann braucht man darüber nicht weiter nachdenken. Denn eins ist ja auch klar, wenn man Figuren nimmt mit 20 Millimeter Base, wir haben ja noch das Regimentspace. Man kann ja dann auf dem Regimentspace, da gibt es ja schon Adapter für, dass du sozusagen immer fünf Millimeter Abstand dann zwischen den Bases hast, dass du dann auch faktisch auf 25 Millimeter Basebreite kommst. Die neuen Chaoskriege, hatte ich mit Mattes auch drüber gesprochen, die etwas ausladendere Posen haben, die wirst du vermutlich nicht auf 25 Millimeter stellen können. Da wirst du wahrscheinlich 30, ich sagte sogar vermutlich mehr als 30 Millimeter nehmen müssen. Das macht dann echt schon Unterschied. Aber auch da sollte man sich, glaube ich, nicht den Kopf zerbrechen. Einfach mal Figuren aufbauen und weitergucken. Im Ergebnis ist es ja auch so, wenn du Warmer Fantasy Battle spielst und meinst, dass deine Figuren einen Nachteil dadurch haben, wie sie gebase sind, ja, da musst du die Einheit halt anders spielen halt. Und zwar musst du sie so spielen, spielen, dass sie halt im anderen Winkel zum Beispiel aufschlägt, sodass die Einheiten nicht komplett aneinander geraten. Alles machbar. Aber ich glaube, das sind Seiten der Wäge und ich glaube, davon sollte man sich einfach nicht abhalten lassen. Einfach Figuren nehmen, auf ein gefälliges Basebasen, Einheit zusammenstellen, fertig und dann weiterdenken. Und wenn sich dann beim Spielen, beim tatsächlichen Spielen ein Problem ergibt, kann man das immer noch lösen, aber die Sache nicht von vornherein zu Tode denken, sodass du gar nicht erst anfängst, die Sachen zu gemahlen. Mhm. Nee, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Okay, gehen wir weiter. Stefan hat dann nochmal ein bisschen so Freehand irgendwie draufgemalt auf dem Banner. Absolut abgefahren. Also. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist, also wenn ich die Armee sehe am vierten und ich glaube, es sieht danach sogar aus, hat er sogar hier so eine kleine Messingkette genommen und hat die oben auf die Bannerstange draufgepflanzt. Echt. Also. Und Stefan am Rumheulen. Äh, ich schaff das alles gar nicht. Mi, 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 mi. Ja. Stefan. Hm. Wo ist es? So, Zinnsoldat hat natürlich auch wieder so ein bisschen hier, ähm, Gas gegeben, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Der hat auch so ein paar Untote rausgefunden hier, die dann plötzlich sich auf seinem Basteltisch wiedergefunden haben. Ja. Da bekomme ich natürlich feuchte Augen, wenn ich die Figuren sehe, ne? Ich sehe hier in einem, das sind, ähm, das sind die Skelette und Untoten aus der damaligen vierte Editions Armeebox, äh, also nicht, nicht Armeebox, aber aus der vierten Edition, Warhammer Fantasy Battle, gab es, äh, ne Box Skeletthorde und da, da stammen die letztendlich draus. Man sieht hinten halt die Skelettreiter, die waren noch so, muss man sich aufhören, das waren auch Multipart-Bausätze schon, aber den damaligen Skelettreitern konnte man die Rüstung ankleben, nämlich einen Helm, da haben sie, wenn man da oben guckt, ne, die Reiter, zwei der ganz, ganz linken, die haben jeweils, nee, gut, ich irre mich gerade, aber den konnte man so einen Helm aufkleben oder einen Hanisch oder so. Das sind halt die alten Reiter, dahinter die, davor die alte Infanterie und der alte Streitwagen. Auch nicht das Modell von Camry, sondern das, das vorherige, das ist das vorherige. Diese Figuren, wenn du sie heute überhaupt noch bekommst, kannst du nur mit Gold aufwiegen, obwohl die gar nicht großartig sind, aber sie sind, äh, ikonisch und super geil halt. Ja, und vor allen Dingen ikonisch auch bemalt, wenn du mal so guckst, ne, das ist wirklich hier noch, äh, jetzt die Legion Drap trocken gebürstet und flock drauf, ne. Das ist einfach zeitlos, Leute, das ist einfach zeitlos. Aber das ist auch so ein, so würde ich sagen, also ich, ich weiß es letztendlich nicht, ne, aber von dem Foto würde ich sagen, das ist eine alte Armee von Zinssoldat, die er jetzt mal rausgeholt hat und davor sitzt er dann halt jetzt im Keller oder wo auch immer sein Hobby Space ist und sagt halt, ach wie geil, was mach ich nur damit. Damit muss man was machen, ganz genau. Sowas darf man nicht in Karton zurückpacken, das muss aufs Spielfeld einfach, schlicht und ergreifend. Ja, hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Das hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Definitiv. Und kurz danach kommt auch schon direkt Stefan wieder mit einem augenscheinlichen Gemetzel um die Ecke. Zumindest, wenn man sich das Foto so anklickt, Das hab ich auch gedacht. Legt man erstmal hoch, was ist denn da passiert? Hat er sich da wohl aus Versehen mit dem Hobbymesser irgendwie die Arterien aufgeschnitten oder so? Ist ja zum Glück gut gegangen, aber sieht schon heftig aus. Ja, da hat er quasi wie Hauke dann auch kurz darauf ganz geil dann schreibt, Stefan schreibt, dass er bei RNF23 auch mitmacht fertig. Total geil, oder? Und hat da einfach sein Armee quasi schon stehen. Ja, wir reden vom 4.10. Das ist echt der Hammer. Das ist, also das konnten alle bei uns auch nicht wirklich glauben. Also das ist, das ist total abgefahren, ey. Ja, Zinssoldaten nehmen wir auch wieder mit rein. Der hat dann plötzlich hier auch so einen Bannerträger reingeholt. Ist das ein, das ist ein Untoter, ist das Hauke? Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, als ich gerade. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Kidbash. Das Banner stammt von den, von den Chaos-Barbaren und der Schild meine ich auch, während der Kopf von den alten, Zombies stammt und den Körper selbst kann ich nicht direkt, direkt erkennen. Das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist ein Kidbash und ich meine, dass diese Figur auch auf dem, in Anführungsstrichen, falschen Base steht. Sie steht auf dem, ne, sie steht auf dem falschen Base. Man kann unten an der Schneidmatte erkennen, dass es so 25mm Base ist. Das müsste eigentlich ein 20mm Base sein. Und hier erkennen wir wunderbar, dass es scheißegal ist, auf was für ein Base du das Ding einfach klebst. Das sieht gut aus. Zumal die Figur relativ ausladend ist aufgrund des Banners und der mit Schalke verbundenen weiß-blauen Tragik halt. Sehr schön gesagt, weiß-blaue Tragik. Das ist, das unterstreichen wir jetzt hier heute mal. Sehr, sehr geil. Ja, Stefan kriegt nicht genug von Chaos-Zwergen. Was der Junge da weggemalt hat, das ist ja echt abgefahren hier, ey, das ist, das ist geil. So, und dann kommt auch beim 8.10. kommt unser Phil um die Ecke und sagt auch, er wäre auf der Zielgeraden. Alter, ey, der Progress ist aber durchaus sehenswert, ne? Ja. Das ist schon sehr geil geworden, Phil. Ich bin gespannt, wenn wir die Armee hier sehen und die du auch vom Feldern hast hier. Also von daher sehr, sehr cool. Zumal man man sich ja auch nicht wirklich, das sehe ich jetzt das erste Mal wirklich auch im Zusammenhang, wie groß das Saurier-Modell eigentlich ist. Also auch das kann man ja anhand der Schneidematte wieder erkennen, wie das in die Breite auch geht halt, ne? Kannst du das just mal eben messen? Das ist eine 10x12 Base auf jeden Fall. Alter, und wie hoch ist das Moped? Ja, ich denke auch so 13, 14 Zentimeter bestimmt. Also ich habe den jetzt schon unten in der Vitrine, weil ich war so, Armee fertig, erst mal direkt in die Vitrine reinstellen. Ja, so in dem Dreh, denke ich mal, kommt das ungefähr hin. Also so 12, 13 Zentimeter hoch bestimmt. Und dann ist es ja nicht nur der Saurier, dann hast du ja da noch diese Plattform drauf. Da drauf ist noch dieser Thron. Auf dem Thron sitzt eins Gink. Und dann hast du ja noch diese beiden Sperrträger, die vorne auf der Plattform draufstehen. Das sind ja in Summe, sage ich mal, locker vier, vielleicht sogar fünf, sechs Modelle, wenn man das so hochrechnet von dem Aufwand im Vergleich zu den anderen Modellen. Aber das war auch so ein Modell, das habe ich mal vor einem Jahr oder so gedruckt, angefangen zu drucken, so den Körper und die Beine und den Schwanz und allem drum und dran und auch den Thron und auch die Skinks oben drauf und dann so vor einigen Wochen, als dann so dieses ganze Rank and File losging, dachte ich so, hm, ja, jetzt kannst du den ja eigentlich auch endlich mal irgendwie in Angriff nehmen. Guck mir die Teile alle nochmal so an und dann merke ich erst, du hast ja die Plattform komplett vergessen, auf der der Thron drauf ist. Und dann habe ich die jetzt halt nochmal gedruckt gehabt und dann konnte ich das Modell endlich mal zu Ende bringen oder anfangen, besser gesagt und habe es dann jetzt auch ja, ich habe jetzt nicht jedes Detail irgendwie bemalt, am Ende dann, wie gesagt, einfach noch das Wash drüber und dann war auch gut, ne, also und, ja, und der Slun-Magier ist tatsächlich auch relativ groß, weil der von, das ist ja auch ein One-Page-Rules-Modell und das war mir echt viel zu klein für einen Slun, also das war vielleicht so von der Höhe so groß wie ein normaler Saurierkrieger und deswegen musste ich das erstmal, ich glaube, ich habe es so um 150 Prozent hochskaliert oder so, also es ist deutlich hochskaliert im Vergleich zu dem eigentlichen Modell, aber ich finde, das passt auch zu so einem Slun ganz gut. Was ich auch noch besonders beeindruckend finde bei der gesamten, das sieht man ja schön, weil das hier auch so ein Überblick ist, der auch sehr gut ausgeleuchtet ist, obwohl die Einheiten über verschiedene Farbnuancen verfügen und von der Farbe als solche sich eigentlich, also sehen wir es nach, wenn ich das hier zu sage, aus meiner Sicht von der Farbwahl als solches sich kein einheitliches Bild gibt, so ist aufgrund der verwendeten Technik des Slapshopes durch die Bank weg zu erkennen, dass es in das gleiche Pastellige geht und das fügt die Einheit wieder zu einem gesamten, kohärenten Ganzen zusammen, was mir sehr gut gefällt. Ja, danke, das war tatsächlich auch der Plan. Ja. Dann ist mir der ganz gut geglückt. Phil, ich hätte noch eine andere Frage und zwar, ich meine zu erinnern, dass du uns erzähltest, dass die Bases von Torotec stammen, oder? Ja, genau. Das ist in der Tat so. Da muss ich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen bestellen. Ich meine, man kann sich ein paar Bases drucken oder so, aber ja, das sind drei Millimeter dicke MDF Bases. Was hast du da bezahlt für, wenn ich mal eben so fragen darf? Also für die zehn mal zehn Zentimeter habe ich 46 Cent bezahlt für die Holzbases. Ja. Für die zehn mal zwölf 70 Cent. Für die vier mal vier Bases, für die Saurier, davon habe ich 25 Stück bestellt, 18 Cent das Stück. Dann habe ich noch eine sechs mal sechs und sieben mal sieben Bases, die haben 30 und 40 Cent gekostet. Also ich habe hierfür 25, sechs, sieben, acht, neun, dreißig, ein, dreißig, 32 Bases mit Plusversand, also inklusive Versand 15 Euro und 16 Cent bezahlt. Ach komm, faire Nummer. Ey, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Da sind dann auch noch zwei Trays dabei, die auch nur hier, einmal fünf Tray hat 1,25 gekostet, zweimal fünf Tray hat 1,95 gekostet. Ich wollte halt diese 25 Millimeter Trays mal ausprobieren, weil ich ja hier auch noch meine Aschigaru habe und dann dachte ich, die habe ich ja auch, sage ich mal, dadurch, dass das Geister sind, so einfach bemalt, wie es nur irgend geht. Das wäre also auch noch mal ein schaffbares Projekt, was man vielleicht noch nebenbei anfangen könnte. Aber ja, nee, das ist wirklich ein super fairer Preis und das ging auch sehr schnell mit der Bestellung. Ich habe sogar noch mal eine persönliche E-Mail bekommen, so, hey, wir haben jetzt deine Sachen gepackt und die sind jetzt unterwegs. Also das ist wirklich, macht Spaß. Cool. Ja, das ist ja auch, Torotec habe ich jetzt glaube ich beim Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, das dritte Mal am Wickel. Das ist auch einfach eine Firma, die einfach geil ist. Also das, auch für den interessierten Hörer, wir haben keinen Werbevertrag mit denen oder so, wir sind einfach ganz normale Kunden bei denen, aber echt Ehre, wem Ehre gebührt. Phil, eine Frage, und zwar du sagtest, dass du die Movement Trays, also die Regimentsbases da auch bestellt hast, ne? Ja. Ja. Haben die, welche exakten, Ausmaße haben die? Sind die so groß, dass man halt noch an der Seite noch so einen Rand mit randkleben kann, damit die Figuren nicht runterrutschen? Nee, die sind ja, also du musst dir das ja so vorstellen, das sind einfach fünf ausgestanzte Kreise nebeneinander. Du stellst da Modelle auf Rundbasen rein, du hast also quasi einen Überstand, so dass die da fest drin stehen. Also die sind für Rundbases gedacht, also da bewegt sich gar nichts. Das ist genau 25 Millimeter und dann hast du natürlich links und rechts noch jeweils einen Rand und die kannst du da reinstellen und wenn die da drin stehen, dann stehen die da drin fest. Also da musst du dir dann gar keine Sorgen über umkippen oder verschieben oder so machen. Also das ist wirklich, es sind quasi zwei dünne MDF-Platten übereinander geklebt und die eine wurde vorher, wurden vorher die Löcher reingelasert. Ja, gehen wir weiter zum 10.10., oder? Ja, würde ich auch sagen. Da schreibt Maxl, kleine Anregung, pinnt Erklärungspost am besten an, wenn man neu dabei ist und keine Ahnung hat, was mit R&F 23 ist. Scrollt man sich die einfach, die Finger wund. Das ist genau der Gedanke, den wir hier auch nochmal aufgenommen haben. Zunächst einmal Erklärungspodcast, aber wir werden, das hat Tivi vorhin ja auch schon gesagt, wir werden das auch noch verschriftlichen und dann halt mit ranflöhen halt. Genau. Deswegen beste Grüße an unser Maxl. Die einen oder anderen kennen ihn noch von damals. Maxl ist ja auch derjenige gewesen, der den Podcast hier auch mit begleitet hat. Von daher... Ach, das ist der Max von früher? Das ist der Max von früher, genau, richtig. Das war mir gar nicht klar. Der frühere Max. Der frühere Max. Genau, der ist das. Genau. Das wusste ich bis eben gerade auch tatsächlich nicht. Aber wenn man jetzt weitergeht, hier im Text, dann kommen hier erstmal noch die üblichen Verdächtigen zum Zuge und ja, kurz bevor wir jetzt fast schon zum heutigen Tage kommen, springt dann doch nochmal, als dann quasi im Gespräch war, dass wir ja in den RNF-Folgen auch mal über den Inhalte des Discords sprechen wollen, springt dann Mattes auch noch tatkräftig zur Seite und versorgt uns mit Content mit Content und zwar hat er da ganz klassisch auf Goblin Green gebaste Drachen Drachenog Drachenog sag ich schon Rattenog Rattenog mit in den mit in den in den Topf geworfen quasi. Also er ist da auch schon ziemlich gut vorangekommen, wie ich sehe und hat sogar bei dieser bei diesem kleinen ich weiß gar nicht genau was das für was der da für einen Stab in der Hand hat, aber bei der Ratte hinter den Rattenogern hat er sogar von genau ah ok aber der hat sogar von den Kristallen hat er sogar von den Kristallen die Kanten akzentuiert ja das sieht geil aus richtig ja richtig schön ins Detail gegangen obwohl ich wirklich sagen müsste, dass Goblin Green zu malen, ich glaube das war damals schon wirklich Pain in the Ass das heutzutage auch noch mal zu bemalen weiß ich nicht so also hätte ich jetzt für mich persönlich glaube ich nicht gemacht aber Mattes Idee von dem Magnetisieren finde ich ganz geil der hat sich nämlich dann unter die Bases hatte sich Matten drunter gepackt und hat die dann oder Magnete und hat die dann quasi auf auf Streifen von Metall gepappt so dass nicht so wie ich hier so mit so einem Fensterrahmen hätte ich jetzt fast gesagt durch die Gegend Laufe sondern Mattes macht das wirklich einfach nur Metall unten drunter und fertig ja alter das dürfen wir nicht vergessen Mattes und Stefan und so die Leute kommen aus dem Ruhrgebiet die kleben ihre Figur nicht auf dem Movement Tray die werden genietet alter oder ich glaube Stefan das Ding ran schweißt echt das ist so es wird mit Kohle irgendwie über aus keine Ahnung und tief unter von Essen gefördert und dann nach oben in die Esse geschmissen und dann wird das da richtig geschmiedet da das ist ja ich bin gespannt aber das ist ja auch das ist ja auch das Schöne und das ist ja auch also Mattes ist sozusagen hier Stellvertreter für Sinn und Zweck dieser ganzen R&F Nummer halt Mattes hatte ich hoffe das nimmt ihr mir jetzt nicht übel ich glaube nicht ich glaube das ist dem verrate ich ja auch kein Geheimnis der hatte für den ist das ein ernsthaftes Problem viele Figuren anzumalen das ist für für jeden ein Problem aber Mattes hatte echt wirklich Schwierigkeiten sich da ranzusetzen und auch durch die Tableportfolgen hört man das immer wieder raus dass er so aber jetzt hat er begonnen und ich habe das Gefühl dass es ihm auch relativ leicht von der Hand geht nicht zuletzt deshalb weil er mit Leuten das gemeinsam macht halt und das ist halt sitzt du da alleine in deinem Kabuff ey da drehst du doch durch wenn du 80 Clanratten anmalen sollst machst du das mit Leuten die dir Zuspruch gewähren ist das eine ganz andere Nummer halt da hast du recht deswegen ich glaube ich hätte mich auch nicht hingesetzt und hier Goblins bemalt wenn ihr da auch nicht im Hintergrund wehrt und sagen würdet von wegen ey geile Nummer und so hätte ich glaube ich keine Goblins gemacht also von daher das stimmt ja das geht mir in der Tat ganz ähnlich deswegen mal gucken vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwie nochmal Zwerge fertig zu machen aber ich glaube bis zum 11. schaffe ich das nicht bin dann glaube ich froh wenn ich die Goblins fertig habe ansonsten führe ich halt so ein bisschen alte Knochen durch die Gegend da habe ich auf jeden Fall mehr als 1000 Punkte von daher da kann man sich auch dann bedienen wollte ich doch gerade sagen nicht zu viel wie waren deine waren deine Griffkönige eigentlich auch von wie heißen die Highlight Managers? ne die waren von One Page Rules tatsächlich ok die hatten für mich noch so genau das Verhältnis zwischen Details und nicht überladen das habe ich jetzt da gemacht das waren noch die alten Designer ja und die also wenn ich mir jetzt nochmal von jetzt auf Grund auf nochmal Skelette holen würde wollen hätte ich jetzt fast gesagt weil ich sage boah ich will mit mit Gruftkönige anfangen oder irgendwie sowas dann würde ich auch wieder auf Highlight Managers umsteigen also die die Mumien von One Page Rules habe ich ja auch bemalt und das hat einfach nur Spaß gemacht das war einfach richtig geil das war das war ein vernünftiges Verhältnis von Detailgrad ja ein vernünftiges Verhältnis von den Details im Verhältnis zur Gesamtfigur halt ne du musstest dadurch nicht ewig lange mit dem Kram auseinandersetzen und 100 Milliarden Kleinigkeiten anmalen aber auf deiner Seite war es halt auch keine ebene Fläche sondern man konnte das vernünftig anmalen das war die Figur dieses Jahr die mir am meisten Spaß gemacht haben diese diese fünf Mumien muss ich ganz ehrlich sagen ja vor allem kriegst du da ja auch mit wenig Aufwand sehr viel aus der Figur raus ne also ob du die jetzt sagen wir mal grau grundierst und dann machst du dir da ein bisschen ein bisschen Trockenbürsten drauf und akzentrierst vielleicht nochmal irgendwie so ein altes Leinentuch was da unten irgendwie raushängt an der Hüfte und machst dann Wasch drüber das sieht immer gut aus es war es war auch für den für die für die Technik also für den technischen Ansatz war es wie geschaffen man konnte die einfach ganz entspannt mit Contrast Paints anmalen und ich meine jetzt nicht die Knochen die kannst du sowieso mit Contrast Paints anmalen aber was du auch gerade sagst die Klamotten halt einfach dann Apothecary White drüber und das hat vernünftig sich dann drauf abgelegt und das war ein vernünftiger Farbübergang sodass du da nicht noch wirklich ernsthaft layern musstest oder irgendwelche Faxen machen musstest sondern einfach einmal rüber etwas ausbessern gut ist einfach also hat richtig Laune gemacht ja genau richtig also ich glaube die Zeiten sind auch mittlerweile vorbei wo man sich hinsetzt und layert mal so eine zweieinhalb tausend Punkte Skaven Armee oder irgendwie sowas ich glaube diese Zeiten sind mittlerweile echt vorbei also der muss so geistesgestört sein wenn du sowas machst echt also oder Jörg der seine Waldelf layert also der sieht auch gut aus halt ja wollte ich gerade sagen interessant fand ich dann die Diskussion die dann kam von Stefan nochmal ich zitiere es gibt tatsächlich für mich nur drei valide Farben für den Bassrand Schwarz Goblin Green Steel Legion Drap und mit fünf Punkten zu jeweils vier anderen Stimmen hat Schwarz gewonnen ich weiß nicht wie es in der Community aussieht aber wie malt ihr eure Bassränder schreibt mal das wäre mal interessant dass wir da mal so einen validen Grundstock an Daten bekommen ja das wäre mal ganz also ich ich persönlich tendiere einfach noch zum Goblin Green aber ich muss zugeben es gibt zur Zeit kein Farbton der vernünftig deckt in diesem Goblin Green Range ich habe wirklich alle Farbtöne getestet die es dazu gibt und also gut die von von Tenno One Labs kenne ich noch nicht aber alle anderen sind echt problematisch vielleicht muss man die auch vier Tage lang schütteln ich weiß es nicht also ich komme damit noch nicht so richtig zu Rande vielleicht ist es auch besser wenn man das Bass ansprüht ich weiß es nicht das muss ich auch nochmal ausprobieren aber wenn man Goblin Green Bassrand nimmt dann ist es nicht damit getan oben einfach Gras drauf zu machen dann muss man mehr machen dann muss man irgendwie einen Boden nehmen mit aus ganz viel verschiedenen Grau und Braun Tönen mit verschiedenen Steinen mit Tufts und so weiter und so fort aber wenn man das dann macht dann sieht es glaube ich auch nicht mehr aus wie wie Ende der 90er sondern einfach mit der Technik von heute aber den Farben von gestern das ist glaube ich in Ordnung ja das könnte auf jeden Fall sein das könnte auch sein ja und dann nähern wir uns auch schon langsam den heutigen Tage hätte ich jetzt fast gesagt also Dipleto schreibt zum Beispiel bei mir wird es wenn da überhaupt etwas passiert schwarzer Rand mit Grasstreu ey geht auch also von daher finde ich auch eine super Geschichte so Ben-040 ist mal ein bisschen spät zur Party gekommen aber immer noch mit dabei der hat House Mattel gestartet die Art der Weise wie er also er hat ja erst weiß grundiert und malt dann quasi rein so in die also er hat gerade die Stoffe bemalt zum Beispiel ich habe glaube ich ein oder zweimal versucht weiß zu grundieren und dann Farbe drauf zu kriegen das war irgendwie nicht mein das fühlte sich falsch an ich glaube wisst ihr was ich meine? für mich also ich möchte auf jeden Fall mehr sehen von dem wenn du die fertig hast Ben ähm schick mal wirklich Sachen rüber das würde mich interessieren wie das weitergeht ja das ist total cool das ist das erste Mal dass ich Ben also Ben 040 das ist Ben von den Freibäutern äh sehe das erste Mal Bens Arbeitsfläche ja das ist großartig dass es im Prinzip bei uns allen wirklich gleich aussieht du hast eine Schneidematte mit den Muster ein paar sinnlos paar Farben die da rumstehen da liegt da noch irgendwelche Klim Bim und ansonsten ist es einigermaßen gut ausgeleuchtet und es gibt eine Wellkleber halt ist aber wirklich so also das ist glaube ich das wiederholt sich wirklich auf den gerade auf den Work in Progress Fotos von allen irgendwie dass du immer diese Schneidematte hast und ja immer dieses gleiche Bild in der Tat ja das ist schon geil ich glaube so unterschiedlich sind wir gar nicht ja Phil das stimmt und dann sind wir ja auch schon bei gestern angekommen ähm wo ich dann quasi meine fertigen tausend Punkte präsentiert habe äh da fehlte ja auch nicht mehr viel äh zu dem Post vorher da habe ich mich dann einfach noch mal eine halbe Stunde eigentlich nur hingesetzt und das mal eben fertig gemacht also einfach weil ich so dachte Mensch das musste jetzt das musste jetzt einfach irgendwie ja also ich sage das bewusst mal eben weil das ist halt auch die Mühe die ich mir gegeben habe ne also fast keine weil da wirklich für mich einfach so das das also es war nicht der Weg das Ziel in dem Sinne jetzt hier bei dieser bei diesem bei diesem Projekt sondern wirklich einfach zu sagen komm jetzt bringst du es über die Bühne und dann war ich auch froh dass ich dann auch fertig war muss ich ganz ehrlich sagen und dann die ersten tausend Punkte erstmal da stehen hatte und ähm ja mich hat es aber doch schon irgendwie motiviert zu sagen okay jetzt hast du deine ersten tausend Punkte und ich habe genug Modelle für weitere tausend Punkte dann wirklich zu sagen okay da setzt du jetzt noch mal einen drauf halt ne und dann hast du halt wirklich eine richtig krasse Armee hier stehen irgendwann man muss ja also ich bin schon motiviert ich sage man muss ja auch dazu sagen von wegen so wir treffen uns ja auch nicht jetzt alle 14 Tage oder jede Woche irgendwie zum Zocken oder sowas wo man dann plötzlich sagt du schaffst es dann halt auch wo wir eine Kampagne spielen dass du jetzt innerhalb von vier Wochen ähm deine Armee um jeweils was weiß ich eine Einheit steigerst oder irgendwie sowas ne sowas haben wir ja gar nicht so ja ähm von daher ähm Alter ey ganz ehrlich ey das sind tausend Punkte du hast tausend Punkte beim Altfeld ja so mega krass ja ja wir wir arbeiten halt alle aus intrinsischer Motivation heraus erstmal primär an unseren Projekten ne und nicht ähm das ist das das habe ich immer so im Gefühl auf jeden Fall dass das bei ne gerade auch du Piwi du kommst manchmal einfach so mit einem Projekt um die Ecke da habe ich gar nicht drüber geredet und auf einmal so ja auch so übrigens ich habe jetzt dies und das angefangen so hä also ne das ist halt so der Unterschied den ich auch zu zu häufig zu so zu anderen Podcasts und Communities bei uns immer wieder entdecke dass halt wirklich jeder auch für sich immer wieder mit irgendwelchen Ideen und Projekten einfach um die Ecke kommt einfach nur weil wir Bock aufs Hobby haben so du meinst hier wie meine 15 Millimeter Saurier ja zum Beispiel genau ja ich habe übrigens so ne 15 Millimeter so ne 15 Millimeter One Page Rules Spielplatte gedruckt die man als Koffer mit mit sich rumtragen kann und habe dafür jetzt noch irgendwie drei 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 ja mega geil und habe dafür noch drei Trupps angemalt oder wie viele du da hast ich weiß es gar nicht ob es zwei waren oder drei das sind nur zwei Saurians gegen Jackals waren das ja zwei ja ja aber damit kommst du einfach so um die Ecke so aus dem Nichts das ist einfach der Hammer ja so Phil du hast dann ein bisschen deine Punkte schon gepostet deine Armee was wir vorhin schon mal besprochen haben ja Stefan gibt weiterhin Vollgas ähm ey ich bin ich bin echt also ich bin gespannt von wegen wenn die Armee dann da steht ey was was das Gesamtbild dann ausmacht wenn wir alle unsere Armeen da irgendwie auf den Tischen stehen haben das wird das wird der der absolute Knaller okay und dann würde noch mal äh Zinssoldat kommen und das ist äh das ist eine ganz 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 großartige Aufnahme wir müssen allerdings das ganz kurz dem geneigten Zuhörer erklären äh Zinssoldat hat ein Ensemble aus Warhammer-Figuren fotografiert und zwar auf der Plastik-Camping-Decke aus den 70er Jahren seiner Großeltern und ähm man kann die Figur Figur leider leider nicht so gut erkennen aber ich meine dass ich hier vorne rechts erkenne einen berittenen Bogenschützen der Kisleviten aus der 4. Edition hinten den Standartenträger auch ein kislevitischer Bogenschütze aus der 4. Edition und der Rest dürfte auch kislevitische äh Kavallerie sein wobei ich den Champion nicht genau einen äh erkennen kann ja doch das ist auf jeden Fall ein kislevit in der Mitte der ja aber ich bin mir nicht sicher ob das ein Bogenschütze ist aber wie dem auch sei nee das ist das sieht eher wie ein Boja oder sowas aus ja diese Einheit könnte er vermutlich wenn er sich ein bisschen geduldet für 200 Euro verkaufen Alter und das ist das ist der Spirit ne du könntest dieses Zeug könntest du was bei dir gefühlt sowieso im Karton rumliegt könntest du verhökern dann kriegst du Geld was machst du mit dem Geld und du kriegst viel Geld dafür wenn du halt dir Zeit lässt und und einen Fan findest äh aber was machst du mit dem Geld dann kaufst du doch anderes Zeug dass du dann auch wieder die Kiste packst das ist doch völlig sinnlos ne ich meine wenn du das Geld nehmen würdest und dann halt sozusagen auf die hohe Karte packst oder investierst in Aktien oder so gut aber dann hast du halt auch 0,0 Spaß halt ne aber stattdessen sich so ein Kleinod zu nehmen und zu sagen halt Alter das Zeug liegt hier die ganze Zeit rum das ist super geiler Kram also völlig unabhängig vom wirtschaftlichen Wert das ist super geiler Kram ich nehme mir jetzt mal die Zeit das anzumalen auch das ist genau exakt der Gedanke von RNF halt sich einfach Zeit zu nehmen sich selbst was Gutes zu tun vielleicht mal inne zu halten es muss ja auch nicht jeden Tag man muss ja nicht jeden Tag fünf Regimenter für den Bürgerkrieg anmalen man kann ja auch einfach mal sowas machen und das finde ich großartig und das ist für den geneigten Betrachter ist es einfach eine Augenweide und eine richtige Freude also ich freue mich richtig diese Miniaturen zu sehen ich bin mir nicht sicher ob die Decke nicht auch noch 200 Euro wert ist mittlerweile müsste man halt auch einen Sammler finden ich habe auch das Gefühl dass er mit seinen Fotoeinstellungen extra noch so einen Sepia-Filter drüber gelegt hat damit das aus den 80er Jahren irgendwie mit Sofortbildkamera aufgenommen wurde oder so das ist auch sehr sehr geil er hat das mit der Polaroid fotografiert und hinterher eingescannt ja das könnte auch sein mega geil also Zinsalat ey dicke Props gehen da nicht raus das muss ich echt sagen das ist echt stark so wir sind dann ja jetzt eigentlich bei heute und damit dem Ende angekommen aber einfach nur weil sie mit dem 30.09. wirklich haarscharf dran vorbeischraben und eigentlich wichtiger Bestandteil unserer RNF Community sind noch ein paar honorable mentions wir haben einmal den Nerdic Painter der nach wie vor ganz fest an seiner Shieldmaiden Armee festhält und da sage ich mal Modelle raushaut wie nichts anderes also wirklich mit seinen Regimentsbases da und seine Shieldmaiden da draufhaut und also wirklich krass dann kommt Jörn um die Ecke der ja auch jetzt demnächst da wahrscheinlich schon was Bemaltes präsentiert wird mit einer Chaosarmee die es in sich hat also die es sich wirklich gewaschen hat ein riesen Chaosarmee auch ganz viele alte Modelle ich sehe da noch so ein altes Nörgle-Zinn-Modell und so also mega geil und dann ich muss es einfach noch erwähnen weil er unter anderem einer der Aufhänger dieser heutigen Aufnahme war die Plethor hat da eine relativ große Armee Song of Ice and Fire aufgestellt ich habe leider keine Ahnung welche Fraktion das ist tut mir leid also ich erkenne irgendwie diesen Typen mit dem Helm und dem Hirschgeweih drauf den erkenne ich irgendwie wieder aber ich habe wirklich leider viel zu wenig Plan von von dem Franchise oder der der Welt um zu erkennen welche Armee das ist und dann kommt nochmal der Philipp der Hauch von Neudigkeit um die Ecke mit einer massiven 10mm Zwergenarmee erwähne ich nur aufgrund dessen nochmal jetzt extra weil ich sage um euch auch nochmal zu zeigen so R&F ist nicht auf irgendwelche Maßstäbe festgelegt auf irgendwelche Systeme festgelegt auf irgendwelche Settings festgelegt wenn ihr Bock auf Rank and File habt oder auch Rank and Flank wie auch immer dann kommt einfach auf den Discord und kommt in den Kanal R&F 23 der übrigens nächstes Jahr sehr wahrscheinlich dann in R&F 24 umbenannt wird also das ist ein Langzeitprojekt wo ihr also auch Langzeit mit dabei sein könnt und gerade so Leute wie Nerdic Painter und Jörn und die Playtor sind halt Leute die auch schon bei R&F 22 mit dabei waren und immer wieder ja mit neuen coolen Ideen um die Ecke kommen also kommt gerne vorbei und seid ein Teil von diesem wunderbaren Projekt vielleicht sollten wir das für das nächste Jahr mal angehen oder für 2025 müssen wir mal gucken also in naher Zukunft vielleicht dass wir uns dann einfach mal treffen mit den ganzen Boys and Girls hier von R&F dann hier bitte Jahreszahl einfügen und einfach mal sagen so komm wir zocken damit jetzt einfach mal dass wir uns irgendwo keine Ahnung einen Raum in der Jugendherberge mieten oder irgendwie sowas und dann einfach sagen so wir machen da jetzt einfach ein Wochenende das ist eine sehr sehr schöne Idee so ein Community Treffen zu machen mit 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 spielen aber auch gemeinsam grillen und all sowas da hätte ich total Bock drauf oder wir lassen uns da mal Gedanken Regimenter bemalen ja steht egal was man dann macht oder sowas aber einfach da mit den Leuten einfach mal zusammenkommen ich glaube wenn wir so eine Jugendherberge so in der Mitte von Deutschland irgendwo nehmen wo alle im Prinzip dann sag mal die gleiche Anfahrtszeit hätten so nach dem Motto dann wäre das doch eine richtig geile Nummer auf jeden Fall müsste man müsste man mal weiterdenken ich glaube wir haben gerade einen Keim gesät der jetzt einfach nur noch ein bisschen Wasser braucht und ein bisschen Licht damit der dann irgendwann aufgeht also von daher schauen wir einfach mal eine kataschanische Gehirnwespe ich weiß nicht wo du die Sachen immer alle herholst aber ich finde es geil eine kataschanische Gehirnwespe einfach mega es ist auch geil ehrlich geiler Typ man kann sich halt man kann sich halt Fachwissen im Beruf aneignen oder Stoß von Bohr immer merken das ist so dafür dass das ein relativ kurzer Podcast werden sollte heute sind wir doch ziemlich weit ausgeholt ich bin ich bin ich fühle mich wie nach der Wespe ich bin durch ja ok kommt dann machen wir den Deckel drauf wir sagen tschüss wir hören uns auf jeden Fall wieder bis zur nächsten Folge danke euch beiden dass ihr das mit kommentiert habt und ja ihr da draußen schickt uns ja eure Sprachnachrichten schickt uns eure Ideen kommt auf den Discord diskutiert mit uns alle Infos dazu findet ihr auf dicernotes.com und ansonsten bis dahin tschüss 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 man hört sich bis jetzt h yani bid' bis jetzt , b